Oh, Casper! Was geht? Alter, was haben wir für krasse Autos am Start! Und vor allem die Wasserrutschen, guck mal an bei M! Alter! Ich seh's grad, Alter, wir haben hier einfach... Ich guck auch mal... Alle München... Boah! Okay, das ist auf jeden Fall richtig krass. Sogar mit Sprung und sowas, ne? Und sogar mit Trichterrutschen, Alter! Ich weiß, richtig, richtig viele verrückte Wasserrutschen. Deswegen würde ich mal sagen, warten wir gar nicht lang rum. Warum fahren wir doch direkt mal hier die erste Wasserrutsche? Oh mein Gott, du bist auch mal gecrashed! Okay! Alter! Ich sag nur so viel, du musst da richtig Speed geben, sonst kommst du nicht raus, glaub ich. Oh mein Gott, ich glaub, ich bin wie zu schnell! Ich bin wie zu schnell! Ich fahr rüber! Alter, ich seh jetzt aber grad, was jetzt die Wasserrutschen sind. Extrem, extrem krasse, Alter. Was? Oh mein Gott, ich bin perfekt! Ich bin perfekt! Okay, ich muss hier nochmal die Wasserrutsche runterfahren. Ja, und ich komm runter. Alter, wie viele gibt es hier auch? Sogar eine Lava-Rutsche da oben, die machen wir am Ende auch noch. So, ich bin wieder in der Wasserrutsche drin. Sehr gut, sehr gut! Und jetzt geht's hier schön nach unten. Ich rutsche raus! Hast du eben abgebremst, bist du eben abgebremst oder so? Nein, nein, ich bin früh, mein Auto ist auch langsamer als das, glaub ich. Oh mein Gott, ich fahr schon wieder raus! Das darf nicht wahr sein, ich muss ein anderes Fahrzeug nehmen. So, jetzt hab ich hier ein anderes Fahrzeug am Start bei der Rutsche, damit ich hier jetzt auch mal rutschen kann. Oh Gott! Und direkt schon mal eine Stoßstange vorne abgegangen. So Leute, jetzt bin ich hier mit so einem krassen Wagen, der auch gefühlt kaum Grip hat. Aber Alter, wo bin ich denn trotzdem so schnell, obwohl ich auf die Bremse drücke? Du bist wieder, du bist zu schnell! Gibst du immer ganz viel Zeit, oder was? Nein, ich bremse sogar die ganze Zeit. Bist du schwer? Ganz vorsichtig jetzt hier runter, Leute, mit einem neuen Fahrzeug. Und da müssen wir auf jeden Fall echt die ganze Zeit hier losbremsen, sonst sliden wir gleich wieder raus, wie mit den anderen Fahrzeugen. So, jetzt hier schön einmal Vollbremsung. Alter, wie ich jetzt leide, Leute. Alles gut. Alles entspannt hier. Hier geht's auf jeden Fall weit. Das müssen wir hier um die Kurve rum. Nee, 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 nee. Oh, oh, oh. Es könnte eng werden. Du bist zu schwer! Es könnte eng werden. Komm schon! Gib Stille! Pustet, Leute! Pustet! Pustet, drückt alle auf den Like-Button! Und jetzt, okay, ich gehe weiter runter. Okay, ich habe es überstanden. Ich glaube, weil hinten mein Reifen kaputt gegangen ist, oder so. Oh, wir werden immer schneller! Wir werden immer schneller, Leute! Oh, und jawohl! Wir haben die allererste Rutsche auf jeden Fall jetzt auch hier überstanden, Leute. Und wir können sogar noch mit dem Wagen fahren, Alter. Richtig cool. Reingeht's, Kasper, in die zweite Rutsche. Los geht's! Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, guck mal, wie krass sieht hier aus! Das ist sogar Wasser drin! Oh! Oh, ich sehe dich hinter mir! Gas, 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 gas! Oh mein Gott! Ja, ich stifte dich schon in die Kurven! Alter, rumrutschen! Alter, was passiert hier, bitte schön! Oh nein! Das sieht richtig crazy aus, ne? Ich überdrehe mich hier gleich sogar! Alter, musst du doch nicht auf... Alter, ich bin hier ein Profi jetzt hier! Ich bin so richtiger Rutschen-Profi gerade! Ich auch! Wasser-Rutschen-Profi! Oh Gott! Aus dem Weg! Oh Gott! Wie groß! Oh mein Gott, ich bin gerade fast rübergeflogen hier! Oh! Ey, die ist richtig lange, ne? Die hätten mich aber auch voll an die GTA-Rutschen! Ja, Mann, ja, Mann! Das ist überkrass! Warte! So, hier nach links um die Kurve, hoffentlich! Sehr gut! So, nicht raus! Oh! Oh! Achtung! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich gehe wieder rein! Nein, doch nicht! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh! Verdammte Axt! Verdammte Axt! Ich seh's! Und du fliegst auch raus! Nein! Mann, ey! Und dein Fahrzeug geht... Oh! Oh! Auch kaputt! Wir haben hier aber noch so eine richtig krasse Blaue am Start, Kaspar! Guck dir mal! Alter, so eine Röhrenrutsche! Ey! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, wie sieht die aus? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Gas! 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 Oh Gott! Ey! Ich bin verrückt! Oh! Sie schiebt dich an! Sie schiebt dich an! Ich rutsche rückwärts runter! Hahaha! Alter, wie krass sieht die aus? Komm weiter! 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 Mein Getriebe geht auch gleich kaputt, so schnell wie ich rückwärts hier fahre! Oh! Nein! Alter! Komm schon, mich vielleicht drehen! Ich will mich drehen! Alter, du überholst mich! Und jetzt noch mal! Oh mein Gott! Und jawohl! Alter, die war ja richtig krass! Die war echt richtig gut! Das war ja auch gerade die Wasserrutsche, die überlebt, Leute! Richtig gut! Wir müssten hier dieses komische Ding hier hochfahren, Kaspar! Da kommen wir auf jeden Fall zu so richtig krassen Rutschen, so Lava-Rutschen! Oh Gott, da musst du auffassen! So Trichterrutschen und auch mit so, wo man springen muss und wieder drin landen muss! So was habe ich mir noch nie gemacht! Genau, genau! Das waren nämlich jetzt gerade eben nur so richtig kleine Baby-Rutschen, ne? Die haben gefühlt, da war nichts krasses dabei oder so, ne? Und jetzt müssen wir hier erstmal entspannt hochfahren! Wir waren auch ganz vorsichtig hier mit diesem Plan! Alter, diese Trichterrutsche sieht richtig krass aus! Ich weiß, ich weiß, da habe ich die ganze Zeit schon Bock drauf! Die sieht so krass aus! Komm schon, jetzt gibt es Stulle hier! Dieses Fahrzeug ist komplett langsam! So! Ich bin auf jeden Fall jetzt hier oben! Zack! Sehr gut! Ich komme auch! Noch einmal eine Umdrehung hier! So! Alter, mir wird schon ganz schwindelig! Da erzähle ich dich doch! Ich weiß, du musst aufpassen, ne? Da ändert sich ein bisschen die Physik, dass du rausfällst! Okay! Wow! Und jetzt haben wir hier... Alter, da geht es ja noch höher! Noch höhere Trichter und so! Oh mein Gott! Aber wir sind jetzt hier auf einer neuen Ebene! Wir nehmen uns hier zwei Rutschen! Okay! Checkpoint! Los geht's! Ey, das ist, glaube ich, so eine übelst dunkle, oder? Au! Ja, doch! Ne, ne, die ist offen! Die ist ab und zu offen! Oh mein Gott! Ah! Ah, die hat so ein bisschen gemischt! Oh Gott! Wow! Oh mein Gott! Glaubst du, wenn wir jetzt ein Schwert... Fähresfahrzeug nehmen würden, so ein Mülltruck oder so? Oh mein Gott, Alter! Ich... Mein Auto geht hier gefühlt komplett kaputt! Ich weiß nicht, mit einem Mülltruck hier durch? Oder mit einem Lambo, das wäre auch krass! Ja, mit einem Lambo wäre auch richtig krass! Aber ich bin, glaube ich, gerade zu schnell oder so! Ah! Da gibt's nicht! Ah! Ich glaube, ich bin zu schnell! Ja! Oh mein Gott, danke, dass du gewarnt hast! Da bin ich rausgekommen! Ich schmutsche gerade noch rum! Oh! Alter! Ich sehe dich gerade! Komm, jetzt gleich raus hier unten! Ich glaube, du kommst da nicht irgendwo raus, hoffentlich! Oh Gott, komm schon! Ich hole den Wind hier vor uns! Gib voll Stulle! Oh! Nein! Brems! Oh nein! Brems! Oh! Oh ha! Oh mein Gott, war's knapp! Das sind richtig böse... Ah! Alter! Wer hat denn das gebaut? Was hast du da gemacht? Da war eine Wand oder so! Ja! Ey! Über den Spiegel! Wer hat denn das gebaut? Sag mal! Na toll, ey! Gott, ey! Dann drücken wir jetzt mal Random Vehicle! Mal gucken, was wir für ein Fahrzeug bekommen! Ey! Was hab ich denn? Ich hab ein Rennner-Auto! Was hast du denn? Guck dir mal meins an! Ah! Ja! So! Wie sieht der aus? Ich liefere die Post! Die Post liefere ich aus dem Weg! Aus dem Weg hier! Du willst also die Post liefern? Haut rein! Wieso kam mein Paket nicht pünktlich? Ey! Lass mich! Wieso kam mein Paket nicht pünktlich? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh nein! Ja! Oh nein! Ja, ich seh nichts! Oh nein! Oh nein! Oh! Oh! Ich seh nichts mehr! Doch! Oh mein Gott! Ich bin gar nicht gut gefahren! Oh! Oh! Wie soll man das schaffen, Digga? Dann musst du ja ein Lambo nehmen oder sowas! Oh! Oh! Aua! Okay, komm! Dann lass uns mal wieder neue Fahrzeuge nehmen und nach oben fahren! Ja! Okay, okay! So, ich hab ja ein neues Fahrzeug! Oh mein Gott! Nen Bus! Ey, ich hab hier auch so... Warte mal, was hast du? Einen normalen Bus? Wie willst du damit denn hochkommen? Ja, das ist eine gute Frage! Guck mal, das ist fast schnell! Alter, was hast du hier für einen Truck? Das ist irgend so ein Safari-Truck oder so! Ich hab einfach so ein Safari-Auto, was auch richtig schnell ist! Guck mal, aber du hast auch einen Safari-Bus, ne? Ich fahr jetzt hier nach oben, kein Problem! Endlich sind wir hier oben angekommen, Kasper, mit neuen Fahrzeugen! Jahr 5000 Jahren! Okay, komm! So, jetzt hier, komm schon! Gibt Stulle jetzt hier aus dem Weg! Oh Gott! Na, was ist das jetzt? Oh! Ey! Ey, oh mein Gott! Oh Gott! Ey, Alter, jetzt liegst du! Jetzt liegst du! Aus dem Weg! Dreh mich! Bitte dreh mich! Hä? So langsam! Was war da gerade? Ich bin jetzt wieder zurückgeflogen! Oh Gott! Oh mein Gott, was kommt hier denn? Du hast ja den fehlten Reifen! Nein! Ja, ich weiß! Oh Gott, nein! Oh Gott, das kann ja was werden! Was ist das denn für eine krasse Rapier? Alter, du eierst da ja richtig rum! Oh Gott, jetzt geht es aber noch weiter runter, ne? Hast du das gesehen, eben die Lücken? Oh Gott! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott! Au! Ja, okay, ich glaube, das war's mit dir oder so, ne? Komm schon! Komm schon! Ne, das war's mit dir! Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt! Wir haben jetzt nämlich auch so eine krasse Lava-Rutsche! Alter! Oh mein Gott! Digga ist verrückt! Die sieht richtig, richtig crazy aus, ne? Bereit? Komm! Ich bin bereit! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter, die sieht so krass aus! Was? Wieso sieht die so krass aus? Aua! Die sieht ohne mal heftig aus! Ich brenne! Ich brenne auch! Nein, mein Autoquartel brennt! Ich brenne! Ich bin Ghost Rider! Alter, ich bin so hardcore schnell gerade! Alter! Wow! Alter! Wow! Oh! Oh! Ich kann auch... Ich glaube, ich rutsche noch ein bisschen. Oder so. Bitte! Bitte, Schüttchen! Aus dem Weg! Ey, wir brauchen krassere Autos, Digga! Wir brauchen so ein Lambo oder Ferrari oder so. Okay, pass auf! Dann machen wir ein random Config! Mal gucken, vielleicht habe ich da ein bisschen Glück! Ja, ich habe einen Pickup-Truck! Ja, der bringt dir aber nichts, Pickup-Truck! Doch! Oh mein Gott, ich habe Glück! Ich habe so ein Dirt-Auto! Alter, die sind immer krass! Die sind immer krass! Okay, komm! Aus dem Weg! Au! Ja, ist ganz stabil! Ist ja super aus! Oh Gott, ich brenne schon wieder! Ich brenne schon wieder! Das ist nur die Rauchwolke einfach! Alter, wie krass das aussieht! Jetzt muss ich das irgendwie gut timen! Dass ich... Ja! Und... So! Jetzt muss ich ein Looping machen! Ja! Ja! Oh mein Gott! Ich habe ein Looping gemacht! Oh, ich brenne auch! Und jetzt geht es hier runter! Steil! Ruhig, 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 ruhig! Oh Gott, nein! Aber ich bin ganz oben angekommen! Ey, Bro! Das ist geschafft! Da kommen wir nirgendwo gegen! Da kommen wir nirgendwo gegen! Ich bin auf jeden Fall unten angekommen, aber mein komplettes Fahrzeug ist nur am Brennen gerade! Und ich rutsche hier gefühlt nicht weiter, als wenn ich nicht weiter so komme! Äh! Okay, komm! Wenn du die nächste Rutsche da hinten! Die sieht auch krass aus! Dreck geradeaus, so eine krass Rutsche! Oh mein Gott, mit Fullspeed, glaubst du? Alter, wie krass du gibst! Ich weiß ja nicht, was so schlau ist! Okay, ich baller rein mit Fullspeed! Oh mein Gott, mach nicht, mach nicht, das ist die Trichter-Rutsche! Baller rein mit... Oh! Oh! Alter, wie krass ist die denn? Nein! Oh mein Gott, der Riesentrichter! Au! Hä, wie krass ist die denn? Wo geht es jetzt hier weiter? Okay, mein Fahrzeug ist... Mein Fahrzeug ist komplett kaputt! Oh mein Gott! Alter, ich sehe es gerade bei dir! Hilfe! Hilfe! Alter, warum ist dein Fahrzeug noch so stabil? Alter, komm, ich stelle das vorhin doch um! Ich hatte es! Alter, da sind ja auch andere Trichter und so, ne? Ich sehe es ja gerade! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie krass das aussieht! Und ich glaube, ich rutsche jetzt auch in den anderen Trichter noch rein! Hä? Guck dir das an! Alter! Wenn du es überlebst! Oh nein! Nein! Mann, ey! Okay, die Trichter-Rutsche war auch krass, aber es gibt noch krassere Rutschen weiter oben, ne? Mit so... Oh ja! Direkt siehst du es zum Beispiel mit einer Lücke einfach so random drinne! Ey, wir haben jetzt auf jeden Fall wieder noch weitere krassere Rutschen im Start auf der nächsten Etage! Oh mein Gott! 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 Ja, das ist sehr langsam! Hä? Oder die ist jetzt gerade langsam und gleich wird die krass schnell! Das kann gut sein, ja? Wie so eine Wildwasserbahn! Das Wasser wird auch schneller, oder nicht? Gefühlt schon! Hä? Ich probiere jetzt aber trotzdem ein bisschen zu dribbeln! Oh ja! Ich rutsche nämlich die ganze Zeit immer nach oben hier! Alter! Ja jetzt! Alter! 80 bin ich hier gerade! Ja! Jetzt kann ich Gas geben! Oh! Wuhuuu! Wuhuuu! So, ich hole dich glaube ich gerade ein! Was ist das für eine Rentnerrutsche, Digga, wenn das jetzt so läuft? Was hast du? Aus dem Weg! Hä? Aus dem Weg! Hey! Ich steh mich mal bitte! Vorsichtig, vorsichtig! Was ist das für eine Rentnerrutsche? Das ist echt voll die Rentnerrutsche! Was geht hier wirklich schon ab gerade? Kommt doch noch was krass ist! Da kommt ja gar nichts mehr! Ich hoffe! Oh! Das ist voll für Rentner! Guck mal wie langsam das ist! Du musst ganz vorsichtig sein hier! Ey! Das Wasser wird immer weniger! Da kommt nichts mehr! Da kommt nichts mehr! Das ist voll blöd! Ich bin doch raus geflogen jetzt! Aber da kommt echt nichts mehr! Das geht die ganze Zeit nur so weiter! Voll die Rentnerrutsche! Ab geht's zur nächsten Rutsche, Caspar! Mal gucken, was wir hier so haben! Die sieht da richtig fett aus! Alter! Die ist überbreit! Wow! Oh nein! Alter! Das ist so eine... Da muss man... Oh mein Gott! Ich seh da Spikes! Ey! Warum fährst du nämlich rein? Wie soll das gehen? Ich hol mir jetzt Ferrari, Digga! Ich hol mir jetzt echt einen Ferrari! Oh mein Gott! Hier sind einfach Spikes! Oh! 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 Das ist so eine richtig dicke Bobrutsche oder so, ne? Ich seh's grad! Alter! Spikes! Ausweichen! Oh mein Gott! War das grad knapp! Ey! Ich fall raus! Digga! Nimm einen Ferrari ganz einfach! Damit geht's auch wenigstens richtig ab! Oh Gott! Ich brauch keinen Ferrari! Hau rein! Was? Okay! Oh mein Gott! Ohhhh! Tschüss! Ey! Nicht dein Ernst! Selbst schuld! So! Was für selbst schuld? Das war gar kein Sinn der Satz! Ey! Ja wenn du mich auch willst, ramm ich dich halt zurück! Nein! Ich musste ausweichen! Da war doch ein Spike! So! Ich hab dich da doch eingeschubst gerade! Ja eben! Deswegen was für selbst schuld? Das macht gar keinen Sinn! Und du mich ramm wolltest! Oh! Ich wollte dich ramm! Oh! Bitte! Also ich bin zu schnell! Achtung! Spikes! Ja! Ja! Alter was knapp gerade! Alter! Ja! Wie ich dich eingeholt habe! Obwohl du einen Ferrari dir geholt hast mit Cheaten! Das kann ich nicht zulassen! Weiter geht's hier! Oh! 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 Aber wo ist denn das Wasser? Ja hier ist kein Wasser bei dem! Nee! 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 Alter! Was geht hier ab? Du kriegst mich niemals eingeholt! Du bist ja richtig lahmarschig! Nee! 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 Oh mein Gott! Ich kann ab! Oh mein Gott! Nein! Was geht hier ab, Alter? Wir sind so... Wow! Ich bin so schnell mit dem Ding! Ich bin so schnell! Wow! Vollspeed! Zeig mal ab! Zeig mal ab! Vollspeed! Oh! 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 Du hast die geschafft! Sehr gut! Wow! Bam! Bam! Alter! Ja man! Rutsche auch geschafft! Optimal! Sehr wichtig! Alter hast du ein schnelles Auto! Das sieht ja richtig krass aus! Hier! Hey! Wo fährst du hin? Hier oder nicht? Guck mal wie die aussieht hier mit Wasser! Hier ist die erste Wasserrutsche! Willst du einen überspringen? Warte, 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 warte! Oh mein Gott! Hier ist sogar noch eine andere! Bist du ready? Lass dir die grüne machen! Die ist richtig steil! Aber die hat kein Wasser! Die hat gar kein Wasser! Ist doch egal! Die Hälfte von dem Ganzen, die hatte gar kein Wasser! Okay, komm! Rein hier! Wow! Ey, was ist das denn? Wie ist das denn? Oh! Was ist das? Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin schwererlos! Bitte lass mich noch rutschen! Lass mich noch rutschen! Lass mich noch rutschen! Bitte, bitte, bitte! Oh mein Gott! Meine komplette Dings ist weg! Ich bleib mir genau da bitte liegen! Oh komm! Dann lass dir die Wasserrutschen nehmen! Du hast recht! Dann lass dir die Wasserrutschen nehmen! Die ist auch mit Wasser drin, ne? So! Aus dem Weg hier! Alter! Alter! Wie schnell sind wir! Hilfe! Alle Teile fliegen weg! Alle Teile fliegen weg! Alter, bin ich schnell! Oh mein Gott! Ich bin locker 1000 kmh gerade! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin noch so ein Gerüst! Gar nicht! Gar nicht! Oh Gott! Oh Gott! Guck mal, wir werden jetzt gleich fliegen! Au! Au! Ah! Dicker! Ich wollte komplett Ops genommen gerade! Ich auch! Okay, das ging anscheinend nicht. Nee, nee, da bleibt mir leider hängen! Da bleibt mir hängen! Okay, okay, okay! Komm, wir machen die hier rechts! Alter, die ist einfach durchsichtig, ne? Oh! Eine Glasrutsche! Oh mein Gott! Die ist auch so steil! Ey, Mann! Geh doch aus dem Weg! Ich warte, komm! Bist du ready? Los, rein, Phil! Ich bin drin! Oh! Ich kann nicht mehr aufhalten! Wow! Oh mein Gott! Ähm! 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 Au! Okay, warte, die muss man neu fahren! Die muss man drehen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie weit geht das hier? So, muss man hier am Anfang drehen nämlich! Nein! Nein! Ja! Alter! Wow! Was ein Profi ich hier bin! Oh! 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 Du kommst da niemals auf! Nein! Mein Auto kann nicht mehr fahren! Mein Auto ist kaputt! Wenn mein Auto kaputt ist! Oh! Die war auch krass! Komm! Wir nehmen die hier! 12 Uhr jetzt! Okay, die rote! Die rote! Let's go! Oh! Kanonen! Wasser! Rutsche! Ey! Ey! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott! Vielleicht lande ich perfekt! Vielleicht lande ich perfekt! Ich hatte nicht perfekt! Oh! Oh! Ich auch nicht! Oh! Ich muss die wohl noch mal langsam fahren, Leute! Okay! Okay! So richtig langsam! So hier! Checkpoint! Ja! Komm dich ab, Red! Schön langsam fahren! Was weißt du da aus? Was wolltest du? Denkst du ich ran dich? Ja! Okay! Vorsicht jetzt hier, Leute! Oh mein Gott! Mal gucken, ob wir es jetzt schaffen! Ich möchte wieder hier so schnell! Ich möchte wieder hier so schnell! Den krassesten Wasserrutschen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! 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 Was? Wie hat mich das überlebt? Wie hat mich das überlebt? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das Ding ist, wir machen heute das absolut schwerste Rennen im Weg gebettet aller Zeiten! Oh mein Gott! Ich bin sehr gespannt! Über solche Speedbumps rüberkommen und die werden halt immer heftiger und wir müssen bis zum Ende ankommen! Immer größer? Und zu schneller als ich! Alter! Oh mein Gott! Du hast nämlich die Radkappen verloren! Oh meine Radkappen! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich hab's! Ich kann nicht weiter von! Oh was? Ey, was? Oh nein! Ich hab meine beiden Reifen verloren! Ja, bei mir! Ich hab dich ran wollen und dann eigentlich jetzt auch gefällt! Ich kann nicht weiter! Ich kann nicht weiter! Und da kommt noch eine Radkappe angerollt! Na toll! Okay, pass auf! Ich mach jetzt hier ein bisschen neues Fahrzeug! Mal gucken, ob meins wirklich mal schneller ist! Random Weakened oder Random Config? Was machst du? Random Config! Und ich bin sehr gespannt! Random Config sogar! Okay! Dann mach ich auch mal! Guck dir an! Dein sieht auf jeden Fall deutlich schneller aus! 3 1 Go! Alter! Was geht bei dem ab? Oh mein Gott! Okay, mein Auto ist glaube ich auch relativ schnell! Komm! Die Riftkarre! Dein ist ein bisschen schneller! Dein ist wirklich ein bisschen schneller! Aber nur ein bisschen! Guck mal! Der erste ist auf jeden Fall... Der erste ist ganz leicht! Oh Gott! Der zweite ist auch noch leicht! Jetzt wird's grün! Jetzt ist grün! Jetzt ist grün! Jetzt ist grün! Alter, ich hab's auch geschafft! Oh! Nein! Nein! Alter, gleich weit! Was? Mann! Gott, Alter! Du brennst ja richtig! Alter! Alter! Ja, ich bin schon richtig kaputt jetzt hier grad! Okay! Wieder zurück! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du hast keine Sch... Alter! Was hast du bekommen? Komm! Oh! Du hast so einen BMW oder so, ne? Alter, das wird auch ein krasses Auto! Ja! Okay! Los! Oh! Wie schnell ist der? Alter! Wie schnell ist der? Alter! Wie schnell ist der? Oh Gott! Oh Gott! Ich seh den Reifen da oben fliegen! Ich bin komplett gecrashed! Der kommt ein Reifen! Beim Blauen! Da fliegt der! Der Reifen! Oh mein Gott! Na toll! So was hat das super funktioniert! Ich dachte ich komm da easy rüber! Ey wir können mal pass auf! Komm jetzt lass mal rechts rum fahren! Und mal gucken wie weit es da auf jeden Fall noch geht! Weil ich glaube es werden nachher noch so riesen Löcher sogar noch sein! Achso! Oh mein Gott! Ganz vorsichtig! Oh Gott! Ganz vorsichtig! Ja hier außen! Und drüber! Oh Gott! Oh ich seh gefühl gar nichts mehr von dem Sand! Ich auch nicht! Es geht auf jeden Fall hier deutlich weiter! Wir brauchen auf jeden Fall so ein richtig richtig krasses Fahrzeug! Alter! Wir brauchen irgendwie ein Fahrzeug was 500 kmh fährt oder so! Denn rosa und rot! Alter! Dann müssen wir nachher über so das größte Porto rüber! Oh Gott! Oh Gott! Mein Reifen ist geplatzt oder so! Ja 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 ja! Verdammt! Ok meiner fährt nicht mehr! Iiiiiiii! Ich kanne! Hey! Hau ab! Hau ab! Ohhhh! Hä wie soll ich denn über rot rüber kommen! Das ist ja ein großes Loch! Das schaffen wir jetzt! Ja das schaffen wir! Na gut! Na gut! Wir haben nur so ein krasses Jet-Auto oder so! Deswegen komm! Random Config! Random Config hab ich gemacht! Vielleicht kann ich ja mit dem Wagen! Dein zieht viel schneller aus! Oh! Iiii! Bin ready! Meins fährt gar nicht! Natürlich! Kann ich fahren! Nein! Hä? Echt nicht? Also den nehm ich auf jeden Fall nicht! Hä? So nicht! Oh mein Gott! Okay! Wow du endest ja die ganze Zeit dein Fahrzeug! Hör mal auf damit! So! Echt? Oh let's go! So ein Rentner! So ein Rentner dahinten alter! Ey ich bin viel zu langsam mit dem Ding! Ich bin schon bei 100 ne? Oh Gott! Ich bin jetzt grad mal bei 50! Easy! Ich komm mit dem Ding ja gar nicht weit jetzt hier gerade! Gas! Komm schon! Ja! Sieht gut aus! Oh mein Gott! Wie krass komm ich hier grad durch! Wieso das denn? Oh! Alter das kann ja jetzt schon was werden! Weiter als so bin ich gekommen! Ich bin bis blau gekommen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Oh mein Gott! Bro! Wie fährst du? Digga du Schummler alter! Oh! 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 Nein! Alter du Schummler einfach! Gar nicht! Ich bin erstaunlich weit gekommen mit dem Ding zu sagen! Ich merke mir das! Ich merke mir das! Random week! Neues Autos Glück! Oh ne ne? Ah! Ah! Glaub ich nicht dass wir beide das gleich haben! Okay! Okay! Hau ab! Ich schram dich Digga! Ich schram dich jetzt gleich! Platz da! Ja! Hey! Oh mein gezogen! Nein! Tschüss! Du hast hinten gekratzt oder so mit dem Ding! Jiiiihiii! Und fortwied! Wir sind absolut im kleinen Käfer ne? So ein kleines Müllauto! Okay warte! Ich glaub nicht dass wir damit relativ weit kommen ne? Ich glaub maximal bis zur türkisen! Wieder weiter als grün können wir nicht! Oh Gott als grün! Oh! Oh! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir fliegen die Radkappen ab! Ja! Oh mein Gott! Naja! Oh mein Gott! Einen weiter hast du es geschafft! Einen weiter! Nicht schlecht! Einen weiter ne? Ich mein besser als gar nichts! Okay mal gucken was krieg ich jetzt hier für ein krasses random Fahrzeug! Oh! Oh mein Gott! Oh! Oh du hast auch so ein Rennauto! Okay ready? Los! Und go! Was ist das denn? Alter wie der... Wow! Was hast denn du für ein Auto? Wow! Was ist das? Okay krass! Alter! Mein Ding ist leider nicht ganz so schnell! Aber egal! Mein Ding ist ja überschnell! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich flieg einfach über die Sachen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh nein! Oh mein Gott! Hör alles auf jeden Fall am Start jetzt hier... Jaaa ihr weißt auch… Und los! Wow! Hau rein! Egal, meine zündet jetzt Code spät noch rein! Glaub ich nicht! Das ist bezweifle ich! Oh oh mein Gott! Ohhhh! Oh my god! Oh my god! Was?! Alter! Alter, ich bin fast rein, ich crashen dich! Ey, hier sind überall voll jetzt... Alles ist voll so genutzt jetzt hier grad, ne? Alter! Ja, ja, safe safe! Random config, ich brauch's mal einen richtigen Bang ab! Oh ne, Digga, ich hab Pech! Ey, nein! Warte, du? Okay, los geht's! Okay, warte, nee, warte, warte, warte! Willst du ein anderes nehmen, oder was? Nein, nein, alles gut! Okay! Los! 3, 2, 1! Go! Alter, meins ist so langsam! Jaaa, hau mal rein, Digga, hau mal rein! Ich sag, du schaffst nicht mal das Erste! Wobei das Erste schaffst du, aber das Zweite schaffst du nicht! Okay, das Zweite schaffst du nicht! Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Wieso? Wieso? Habe ich nichts gemacht! Was hast du gemacht, Digga? Gar nichts! Ich hab Standbild! Du hast dir ein neues Auto geholt, oder so! Nein, ich fahr immer noch diesen alten Truck! Ja, weil der genauso blöd war! Nein, ich fahr immer noch den! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, anhalt den! Nein, komm, dreh dich! Jibbi! Weiter geht's! Hä? Hä? Warum fällt dir was von der Decke? Du fährst hier nur außen dran vorbei, Digga! Was ist los? Bro, du bist so ein Schummler, Digga! Du fährst außen dran vorbei die ganze Zeit! Ich seh das! Mann, was soll ich mit dem Wagen auch machen? Random Config! Okay! Oh! Drei, zwei, eins, go! Bro, du hast gerade so viel Glück die ganze Zeit! Warte auf! Schieben wir an! Schieben wir an! Ey, mein Reifen ist kaputt gegangen! Ja, Pech gehabt! Ey, ne! Ja, weißt du, du mich rammelst Digga Karma, Bro! Ganz easy, ganz easy! Alter, ich rammel mich nur ganz kurz, so mein Reifen geht kaputt! Also so, dass die Achse gebrochen ist! Weiter geht's! Gelb, okay! Aber meiner ist überlangsam! Eigentlich müsstest du mich einholen! Ich geb jetzt grad Vollgas! Ich komm nicht mal über Grün! Ich komm nicht mal über Grün! Und jetzt fahr ich einfach über dich rüber! Guck mal! Ey, Mann! Oh mein Gott! Ja! Nein! Reifen geplatzt! Ja! Beide sind vorne kaputt gegangen! Oh mein Gott! Sehr gut! Das war wichtig! Ey, du brauchst ein richtig krasses Fahrzeug jetzt bitte! Ich freu jetzt mal so um eins mit einer krassen Rakete! Ne, das will ich nicht! Was ist denn das? Das ist doch mal, oder? Ich hab so ein richtig oldschool Gammelding bekommen! Egal, egal, komm! Ja, okay! Los geht's! Let's go! Bro, guck dir das doch an! Alter, das ist so schnell! Da platzt der Endtune euch die Reifen! Alter, mein, der kann nicht schneller fahren! Hahaha! Du hast so'n Anfänger auch! Digga, dass du die ganze Zeit Neues holst, Bro! Jedes Mal! Hey, mach ich doch gar nicht! Ja, dann machst du aber irgendwas! Ich seh doch Events queued oben! Dann tunest du das, oder so! Nein! Mit Random Tuning, oder so! Neue Random Conflict! Hör mal auf! Hör mal auf! Hör mal auf! Hör mal auf! Oh Gott! Ich hab immer verstanden, wenn du das machst! Au! Au! Meine Karosserie, Digga! Ich komme! Kasper! Ich komme! Ja, dein Nitroauto! Direkt schon die Reifen verloren! Ja, selbst schuld! Wieso ein Nitroauto? Hä? Digga, aber wie erweckt das vor all die ganze Zeit? Alter, Aua! Oh! Du hast es kaputt gemacht! Du hast es kaputt gemacht, Digga! Ey, was? Du hast mein Pi kaputt gemacht! Was ist denn das? Random Vehicle! Random Vehicle! Random Vehicle! Ey, was ist denn das jetzt? Ja! Das sieht gut aus! Hä? Du hast uns geändert! Ne, ich hab mir nicht geändert! Ne, ich hab mir nicht geändert! Das war von vornherein das! Hahaha! Hahaha! Was ist denn? Hahaha! Na komm! Na komm! Hier ist die Karotte! Weisel! Na komm! Hier ist die Karotte! Alter, mein Wagen ist mal langsam! Hol dir doch! Hol dir doch! Ich komme jetzt auch! Oh! Hä? Hä? Hau rein! Was ist denn so schnell? Was ist denn so schnell? Was ist denn so schnell? Das ist gar nicht steady! Oh! Gecrashed! Oh mein Gott! Ja! Sehr gut! Pech gehabt! Es ist wirklich echt so ein Joke, Alter! Als würde ich es nicht sehen, Digga! Du bist so ein Joblabo! Gar nicht! Gar nicht! Hör mal auf die ganze Zeit dran vorbeizufahren! Mit so langsamem Fahrzeug muss ich das auch machen! Digga! Fährt einfach dran vorbei die ganze Zeit! Ich glaub's nicht! Was krieg ich denn für ein gewisse Fahrzeug jetzt gerade? Mhm! Random Vehicle! Was hast du? Was ist denn das? Hä? Ich bin rausgeflogen! Was bin ich denn jetzt hier für ein Random Vehicle? Und ich hab ein Polizei-Auto! Los geht's! Oh Gott! Ich will jetzt echt mal bis zum Ende kommen, Alter! Ja! Wie kann man nur so unkorrekt sein? Alter! Ich bin wirklich richtig langsam mit dem Ding! Aber Auto ist nicht weiter kaputt, außer eine kleine Beule in der Tür! Ja! Egal! Bei wenigstens hast du denn jetzt eine Beule! Oh meine, er zieht euch nach rechts! Also meinen sie wirklich extrem langsam! Ja! Bitte hier noch rüber über gelb! Bitte! Bitte! Ja! Also wirklich extrem langsam! Ja, Bro! Schön wieder aus und dann vorbeifahren am besten! Nee! Ich komm nicht mal über grün! Mach ich nicht! Ich komm nicht mal über grün! Ich glaub's nicht! Echt nicht? Nee! Oh mein Gott! Hä? Zu früh gefreut! Alter! Alter! Meine Reifen sind weggeflogen! Oh Gott! Selbst schuld! So ist das halt! Ja, ich sag dir! Jetzt kommt richtig krass was her bei mir! Ich komm auch! Ich bin mal gespannt, was du kriegst da oben! Was ist denn das? Okay! Alter! Ich bin eine Familienkarre! Ich hab nie ein Auto! Hey, du hast dich schon wieder gewechselt! Du erinnerst ja zweimal hier! Nein! Ich hab eine Familienkarre! Let's go! Ja! Hä? Oh Gott! Alter! Los, du kleine Taube! Los, du kleine Taube! Oh Gott! Niemals! Excuse me! Alter, mein Ding, ne? Digga, mein, das ist hardcore schnell! Voll die Familienkutsche! Aber hat leider keine krasse Federohung, dass ich hier über... Oh, oh! Oh, oh! Ja! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Ey, das darf nicht wahr sein! Wir brauchen jetzt mal echt einen Fahrzeug, wo man... Ich will mal was krasses haben jetzt! Okay, komm, los geht's! Okay, ich hab'n... Das ist du! Das sieht... Alter, was ist denn das für ein Auto von dir? Oh mein Gott, Digga! Okay, ready? Sieht auch krass aus! Ready! Los geht's! Let's go! Ey, war voll lahm! Ey! 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 Hau rein! Okay, das merke ich mir auf jeden Fall! Oh mein Gott, aber du bist schneller als ich, ne? Oh, aber das Ding hat krasse Federung! Oh nein, du bist schneller als ich! Oh nein, du bist schneller als ich! Mann, er zieht jetzt nach rechts oder so! Oh, oh! Oh mein Gott, war's close! Ja, du hast den Reifen verloren! Das wird knapp! 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 Ich sag's mal! Was? Ich kann mal die Motorhaube vorbeiziehen sehen, Digga! Ich bin zweihelf! Ich hab's gesehen! Das ist doch mal jetzt hier! Das ist doch mal mit denen! Wenn du geschummelt hast! Hey! Du schummelst hier gerade! Warte! 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 Kommst dir nicht vorbei! Alter! Ich hab mit dir gleich kurz einen Prozesskollege! Ich mit dir auch gleich! Oh Gott! Oh! Digga! Was soll das? Schon wieder in zwei! Okay, komm, nächstes Fahrzeug! Ich wollte wirklich was krasses mit Raketenschub! Das sieht eigentlich krass aus, was ich hab, ne? Oh, meiner ist gut! Alter! Okay, ready? Los geht's! Boah! Boah! Geht das Teil ab! Ja, so geht's bestimmt nicht ab! Ja, so geht's bestimmt nicht ab! Ah! Ey! Tschüss! Oh mein Gott! Das Ding ist so schnell, Digga! Alter, das ist echt voll schnell! Aber rührt deine Beschleunigung! Nein! Ich glaube, ich hab jetzt bis zum Ende! Rührt deine Beschleunigung schnell! Oh nein! Alter, meinst halt kaum Federung, ne? Oh nein! Das ist schon knapp hier! Oh! Wow! Das war grad so! Schneller! 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 Oh nein! Oh nein! Mein Fahrzeug! Ich hab noch ein bisschen lila! Biss lila! Oh nein! Ja! Es gibt ein richtig gutes jetzt hier! Ich brauch ein richtig gutes! Hä? Okay, okay! Komm! Was hast du bekommen, hä? Zeig mal! Alter! Das gleiche! Okay! Hallo! Was fährst du hier los? Und? Chill doch! Ich brauch was anderes! Ich brauch was anderes! Ich brauch was anderes! Und? So ein Müllauto! Und? Go! Guck dir doch mal an, Digga! Was ist das? Guck dir doch mal ein Müllauto mal an, Digga! Was ist das? So ein Schrottkarre! Auff! Echt voll die Schrottkarre! Auff! Krieg dich nicht mehr! Krieg dich nicht mehr! Krieg dich nicht mehr! Na klar! Hä? Was ist das Ding so schnell? James baut ein Auto! Oh ist das so schnell! Drück auf James! Hä? Jamesy! Oh mein Gott! Du hast schon Probleme! Nein! Bro du fährst außen! Wie kann man so? Digga! Also wirklich! Ich fahr jetzt auch einfach außen bis zum Ende, Digga! Es ist mir jetzt wirklich auch einfach egal! Ich fahrs bis zum Ende außen! Random Config! Den! Nein, das will ich nicht! Das will ich auch nicht! Ich will so was krasses haben! Ich will so was krasses haben! Ich hab so ein Russen-Auto! Okay, los! Du bist ja die langsamste Auto, das ich je gesehen habe! Aha! Ja? Ist das so? Hahaha! Es geht dringend! Oh mein Gott! 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 Wow! Über lila! Komm bitte! Nein! Ich komm nicht an! Das heißt über lila! Über! Oh! Oh mein Gott! Nein, Alter! Ich bin Ding an dem Z! Bro! Was ist das? Was kriegen wir für blöde Autos? Ich will jetzt einmal das schaffen, Alter! Ich weiß! Ich weiß! Das brauchen wir glaube ich ein richtig krasses Auto! Okay! Ich mach das jetzt so lange, bis wir... Alter! Was machst du? Du spawnst ja 5000 Autos! Ha! Okay! Das gleiche! Okay! Los geht's! Ne, weißt du was? Ich mach's anders! Ich hol mir Anlauf! Wie? Ich hol mir Anlauf dahinten! Wow! Das ist ein bisschen Anlauf! Ja! Das sind 10 kmh! Also Bro! Okay! Hey! Komm her! Hau rein! Ich bin jetzt schon bei 80, ne? Ehrlich? Ich bin jetzt gerade bei... 110! Ich bin so schnell wieder nie! Meiner ist viel zu langsam! Weiter! 140! Oh mein Gott! Digga! Meiner steht so krass gerade! Ja! 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 Ich war gecrashed und ich fall ins Loch, Bro. Nein, Bro. Kann doch nicht sein, sag mal, dass wir es nicht schaffen. Unglaublich, Alter. Das ist wirklich unglaublich. Mann. Lass mal aus dem Umfang und gucken, was da hinten sich verbirgt. Okay, ready? Digga. Also Digga, das ist ja wirklich so ein Prank. Ey. Hau rein. Ne, das ist wirklich unkorrekt. So ein Panzer, Digga. Bro, meiner ist aber ein bisschen Schrott jetzt. Alter, meiner ist hier nicht schnell. Meiner lässt sich gar nicht mehr fahren. Meiner ist extrem schnell. Oh Gott. 200 kmh. Hey. Hey. Vor allem war ich im Weg. Ey, Alter. Oh Gott, nein. Komm, nochmal, nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Nicht crashen jetzt. Hau rein. Ja, Bro. Mein Ding ist so hardcore billig. Oh Gott. Komm, wie er außen fährt. Wir sind ein Noob. Ja, normal. Du machst wieder auch die ganze Zeit. Oh. Oh mein Gott. Ey. Nein. Bro, ich komm doch nicht mal rüber, Alter. Ich brauch jetzt ein krasses Auto, Digga. Das ist mir jetzt zu blöd, Alter. Sagen wir, jeder darf sich eins aussuchen im Dings, okay? Im Shop? Okay. Im Shop, im Shop. Dann hole ich mir jetzt auf jeden Fall ein richtig gutes Fahrzeug. Oh mein Gott, Digga. Haha, ich glaub's nicht. Ey, sag mal. Oh mein Gott, okay. Ready? Los. 1, 2, 1. Go. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Solche Kolosse. Oha. Oha. Oh mein Gott. Drück bloß drauf, Kollege. Oha. Anhalten ist zu spät. Alter. Raketenstart. Alter. Raketenstart. Alter. Nein. Ich fliege. Oha. 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 Nein, mein Bus. Nochmal, nochmal, nochmal. Alter. Schön gerade bleiben. Schön gerade bleiben. Ich kann das gar nicht kontrollieren. 200. Oh mein Gott, ich bin mit 350. Oha. 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 Was ist das? Alter, mein Schaf ist aber nicht bis zum Ende. Mann. Wir haben heute einfach so richtig krasse Speedbombs vor uns. Ich seh es, die sind krass. Alter, immer auf hier. Ey, ich hab mein Verländerwagen. Ich komm da locker easy rüber mit dem Pickup. Oh mein Gott. Oh. Oh. Alter, easy. Ich bin easy rübergekommen. Oh. Hä? Meins easy. Guck mal, die nächste Größe. Mal gucken. Aber meins halt auch noch. Kein Problem. Alles gut. Oh Gott, das ist schon schwieriger, Digga. Wie hoch gehört das noch? Ey. Alter. Aus dem Weg. Nee, ich hecke fest. Ich hecke fest. Okay, wieder zurück. Ich hänge auch fest. Okay, verdammte Axt. Ich würde sagen, neues Auto auswählen, denn... Ren and Beagle. So, und jetzt... Oh nein. Das ist jetzt nicht wirklich besser, als ich bekommen habe. Digga, ich hab einen Smart-Abtatsch bekommen. Okay, los geht's. Hey. Wie kommst du nicht vorbei? Wie kommst du nicht vorbei? Wie kommst du nicht vorbei? Vielleicht doch gar nicht von alleine schon, Digga. Wie kommst du denn nicht... Du hast mich berührt. Was für von alleine? Okay. Mein Auto ist ja voll langsam. Auf jeden Fall. Mit Speed! Ah. Nein! Alter! Nein! Au! Ich brenne! Warum ist denn dein Auto jetzt weiter gekommen als mein? Mein Motor ist... Digga, das... Das Auto brennt komplett! Was? Au! Okay, jetzt ist Schrott. Das fährt immer noch! Was hast du denn für ein Auto? Ghost Rider! Ghost Rider! Was ist denn das für ein Auto bei dir? Komm schon! Komm schon! Ja! Ach! Okay, also da... Ja, also das wirklich... Okay. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Glück haben. Und so ein richtig krasses Fahrzeug bekommen. Oh, okay. Das ist gut. Digga, also du willst nicht wissen, was für ein Auto ich bekommen habe. Das selbe wie eben. Ich will nicht das gleiche nochmal. Oh mein Gott! Jetzt genommen, wenn ich du wäre. Okay! Oh, was ist denn das? Wie unfair ist das denn? Wie unfair ist das denn? Aber was ist voll langsam das Ding? Ist so ein Rollarmotor drin oder was? Alter, das ist ja richtig... Okay, ich glaube ich fahre jetzt ein bisschen langsamer. Wigga, das heißt Speedbombs! Guck mal, ich fahre jetzt ein bisschen langsamer. Du musst ja auch langsam über Speedbombs rüberfahren. Zeig mal bei dir. Oh nein. Ich gucke gerade mal ein bisschen zu, ja. Oh nein, bitte. Naja, okay, langsam aber... Was ist hier? Komm ich hier angefahren? Ich brauche ein bisschen Anschwung von dir. Brauchst Anschwung? Man kann ja über die Dinger nicht langsam rüberfahren. Ich komme angefahren hier jetzt endlich mal. Alter, das Ding ist ja übelst langsam. Aber ich glaube, ich komme damit trotzdem weit. Oh nein. Weil es so große Reifen hat, ne? Bitte, ich brauche ein bisschen Anschwung. Hallo! Okay, Anschwung, kein Problem. Bitte! Ja! Ja, ja, ja! Sehr gut! Okay! Alter, ist das... Das ist die erste Stufe gerade mal. Ich häng schon wieder fest. Ist hier überhaupt... Ist hier überhaupt was im Weg? Ich merke da gar nichts. Ist hier überhaupt was auf dem Boden? Ich komme mit meinem Fahrzeug. Da ist nicht weiter, ne? Also dein Auto ist echt... Unverschämt, was du bekommen hast. Digga, ich glaube, ich komme sogar über die nächsten jetzt gleich rüber über die gelben. Das ist richtig unverschämt, dass du sowas bekommen hast. Iiiiiiii... Mal gucken. So. Komme ich hier noch weiter? Was glaubst du, wie weit komme ich mit den Dingern? Sag mal eine Frage. Ja, weit würde ich sagen, ne? Schon weit. Ja. Oh. Oh. Die sind schon schwieriger, aber... Wenn du nicht auf dem Kopf landest, ne? Ah. Oh Gott, Digga. Die sind schon ein bisschen schwieriger. Ich würde da schon... Aber machbar. Aber machbar. Ein bisschen aufpassen mit dem Dingern. Boah, damit habe ich noch ein Rekord bisher schon, ne? Über Geld rüber. Okay, während du da rüber fährst, ruhig wieder schon mal ein neues Fahrzeug. Und, äh... Mach mal, ja? Ich muss mal weiter kämpfen. Nein. Ich muss mal weiter kämpfen. Ich habe ein Ding jetzt auf Stützrädern. Was hast du bekommen? Ein Tuk-Tuk auf Stützrädern. Ein Tuk-Tuk auf Stützrädern? Warte mal. Ich muss das mal ganz kurz laden hier. So, zeig mal. Oh mein Gott, wie sieht der aus? Das ist wirklich unverschämt. Damit schaffst du ja niemals. Klar. Oh mein Gott, ich komme noch weiter. Ich komme noch weiter. Kein Problem. Ich komme noch weiter hier mit dem Ding. Ja. Zeig mal, wie sieht's bei dir aus? Oh mein Gott, Digga. Wie ne Bad. Nein, ich bin gecrashed, wenn ich hingeguckt habe. Ja. Bis zur ersten grünen. Bis zur ersten grünen. Ah. Okay, ich komme wieder zurück. Tja. So. Und da bin ich. Ich komme auch mit dem neuen Fahrzeug. Random Wicked. Uh, ich habe eigentlich gar nicht mal so ein schlechtes Ding. Ey, ich habe einen LKW, Digga. Was hast du so? Ja, ist doch gut. Oh mein Gott. Okay. Ich brauche ein bisschen Anschwung. Alter, war es so schnell. Ist der da irgendwie getunt? Meiner ist wohl schnell. Ich glaube, der ist getunt oder so. Kann das sein? Meiner ist wohl schnell. Der fährt 140 kmh. Oh. Oh. Okay. Aber bringt jetzt was? Nein. Oh mein Gott. Nein. Ich komme mit 80 jetzt hier mit LKW. Ja. Oh mein Gott. Digga, der fährt ja wirklich wie ein Gott. Äh. Weitest geht jedenfalls. Äh. Du hast einen Reifen verloren, ne? Äh. Ne, wieso? Das gehört alles dazu. Ey, was? Mein Fahrzeug ist kaputt. Guck mal, wie ich hier weiterkomme. Digga, ich komme. Du bist ja nur schlechte Autos. Guck mal hier. Ich weiß. Jetzt bleibst du aber hängen hier. Bitte. Ah, nein. Ja. Okay. Tja. Aber dir hat einer halt gefehlt, ne? Das war das Problem. Äh. Ich brauche Turbos. Ich brauche Turbos. Ey, jetzt kriege ich hier gute Autos für andere Sachen, aber nicht für Rampen. Sehr egal. Ich habe hier wirklich so ein Familienauto. Uhuhuhuhu. Ich meine, das heißt ja Speedbub, deswegen muss auch ein bisschen Geschwindigkeit rüber. Aus dem Weg. Ahhhh. Alter, wie weit fliegst du? Ahhhh. Ahhhh. Ich komme auch. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Nein. Nein. Das ist ein schlechtes Auto, Digga. Dahinten kommen noch so viele Bumps. Wir kommen nur bis zu dem gelben rüber. Ehrlich. Bis zum grün bin ich schon gekommen. Ja, aber mit so einem richtig großen Auto. Ich brauche einfach so ein richtig krasses... Was ist denn das? Was ist denn das? Schnelles? Oh mein Gott. Ich habe ein Drag-Auto. Das könnte krass sein. Oh Gott. Hau rein. Hä? Oh mein Gott. Digga. Das kommt ja richtig aus dem Quark. Ey. Oh mein Gott. Zieh mich schnell. Und ich habe so ein langsames Herbie-Fahrzeug. Und 80. Oh. Alter. Wow. Weiter, 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 weiter. Wow. Alter. Wie du fliegst. Nein. Und ich bin stuck hier. Verdammt. Oh. Digga. Der Herbie, der kommt ja nur über die ersten Hotdogs rüber da, Alter. Hä? Kein Problem. Was ist das denn? Herbie. Kein Problem. Okay. Okay. Mal gucken, ob du weiterkommst. Digga. Ich brenne schon wieder. Hab ich das Gefühl. Oh Gott. Oh ja. Aus dem Weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Zeig mal. Oh. Oh. Ja. Alles klar, Digga. Okay. 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 Ich komme nicht mehr weiter mit dem Denken. Man ey. Kannste aufgehen. Kannste aufgehen. Wir brauchen noch was. Was noch krasser. Ich kriege jetzt den selben wieder. Das geht ja nicht hier. Oh. Ich habe eine Lampe oder einen Ferrari oder sowas bekommen. Was ist das? Boah, Digga ist das schnell. Was? Alter ist das schnell. Alter ist das schnell. Was? Oh mein Gott, Digga. Also ich darf ein Ding bekommen. 200. Jau. Oh. 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 Bist du so schnell? Ich fliege fast über die game auch noch rüber. Ja. Oh. 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 aufgegangen. Der kann doch fahren. Digga, meiner ist einfach ein Panzer. Guck dir das mal an. Der fährt einfach immer noch. Ich seh's gerade. Und er hat einfach nur drei Reifen. Und jetzt rüber. Nein. Oh, nein. Okay, nee. Also meiner ist komplett kaputt, leider. Also das geht auf jeden Fall leider nicht. Okay, und dann... Ich glaube, also glaubst du, man braucht ein schnelles oder ein großes? Ich brauche jetzt mal ein richtig gutes, jetzt hier. Oh, das ist ein krasses. Oh mein Gott. Hey, was ist das mit dem Rhein? Iiiiihihi. Oh Gott, der ist auch übelst schnell. Der ist übelst schnell. Echt, Digga, man muss doch nicht gehen jetzt. Über 31er, Digga, über 31er. Alle meine Felgen verloren. Au, au, au. Nichts passiert? Ah. Ey, wirklich, das ist unglaublich. Ich komme im Gelben nie weiter. Mit Speed, mit Speed. Digga, ja, das ist halt schwierig. Das kann doch nicht sein. Nein, viel zu, viel zu doof gebaut dafür. Ja, oh mein Gott. Ja, okay, nee, das war's mit dir. Nee, nee, nee. Okay, ich komme zurück. Ich gucke, ob ich das jetzt mit dem nochmal schaffe. Zack, alle Felgen. Ja, okay. Ja, gib auf. Gib auf. Nee, muss ich jetzt so sagen. Was hast du bekommen? Ich habe hier die, ich habe hier die Taube. Alter. Was hast du? Oh, du hast so ein Polizeiaufo. Ich habe eigentlich gar nicht mal so, gar nicht mal so ein schlechtes, also das ist echt, ein richtig schlechtes Fahrzeug bekommen. Digga, der fliegt ja richtig langsam hier, das Taubenauto. Okay, eigentlich sollte das denn gut sein, um da langsam rüberzufahren, glaube ich. So, oh ja. Ich glaube auch das langsam, das. Was machst du? Oh Gott. Was hast du ja? Meine Scheibe sind da alle kaputt gegangen. Wie langsam. Digga, ich wollte ich nur ein. Ich wollte ich nur ein. So. Alter, wir hast den Grund bei uns. Okay, ich bin endlich mal als rübergekommen. Jetzt halt noch das Gelbe. Ich häng fest, ich glaub's nicht. So. Nein, ich häng fest. Ja, komm's nicht weiter, Digga. Merkst du es selber, oder was? Doch. Aha. Was ist denn das? Ja. Ja, genau so geht das. Okay, okay. Komm, gib auf, Digga. Gib auf. Alter, das kann nicht sein. Random Conflict hier kommen. Ja, ich komm auch nicht weiter. Okay, mal gucken, was krieg ich jetzt hier. Wie schlecht dein Polizeiauto war. Komm, ich mach nochmal. Das ist so ein langweiliges Auto. Ich wollte mal was krasses. Ich habe etwas richtig schnelles jetzt. Oh Gott, ich auch. Okay. Okay, gib sein Auto. Los geht's. Nee. Digga. Scher ist einer. Nee. Nee, aber meine auch. Meine auch. 200. Oh. Ja. Ja. Ist er stark? Ist er stark? Ja, ich bin endlich mal weitergekommen als das Gelbe. Nein. Ich bin außerhalb der Map, Bro. Endlich mal weitergekommen als das Gelbe, Alter. Aber kommst du übers Blüten? Nee, okay, fährt nicht mehr. Digga, ich bin außerhalb der Map. Verdammt. Also Motor funktioniert noch. Nee, 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 nee. Aber nur Rückwärtsgang. Bisher, bisher habe ich noch den Rekord, ne? Also, aber es geht noch krasser. Ich brauche nur einmal... Oh, das könnte schon nicht schlecht sein, jetzt glaube ich, was ich bekommen habe. Komm rein. Nee, ich brauche was anderes. Ich wollte was anderes. Oh mein Gott. Hey, das ist Schöten, was du machst. Das könnte nicht schlecht sein. Das könnte nicht schlecht sein, das Auto. Digga, Alter. Das ist ja auch ein neues. Ich glaube es nicht. Ich habe einen Bus bekommen. Turbobus? Oh, normal. Ich wollte kein neues. Normal. Natürlich wolltest du ein neues. Nein, wollte ich nicht. Digga, du bist so ein Hund, Alter. Hau mal ab. Ja, wenn du da ein neues Fahrzeug nimmst, dann hätte ich kein Problem. Ich habe so ein krasses Auto. Wüsten rennen. Nein. Ja, jetzt aber. Oha. Ohne Probleme der Bus. Ohne Probleme hier rübergekommen. Hey. Nein, bitte nicht außerhalb der Map. Nein, Bro, ich liege nochmal. Ich weiß mittlerweile genau, was man für ein Auto braucht dafür. Das war es schon mit meinem Bus jetzt. Wieso, was braucht man denn für ein Auto? Was hast du denn? Du brauchst dieses Geländeauto, was so ein bisschen aussieht wie meins jetzt gerade. Weißt du? Genau das brauchst du. Ach das. Ja, ja, ich weiß. Genau das. Das probiere ich auch die ganze Zeit zu kriegen. Dann kommst du über zweit. Komm schon. Ich kriege es aber nicht. Ich kriege es nur so ein Ding jetzt hier. So ein Trabi oder so was. Ja, aber der schafft ja das auch. Ja, was ist das denn? Oh mein Gott. Hau rein. Alter. Du musst so schnell. Mach mal ganz schnell rein. Mit deinem Müllauto. Ja, mit deinem Müllauto. Okay, ich habe nichts gesagt. Hey, da spawnst du dich weg. Ich muss noch mal, Bro. Ich habe abgeführt. Ich wollte gerade rein crashen in dich. Okay, also mein Trabi. Ich weiß nicht, ich komme weiter als du. Ja. Alter, was? Oh mein Gott. Noch weiter, noch weiter. Noch weiter. Komm. Ja, out of map. Das zieht du nämlich nicht. Nein, verdammt. DNF. Okay. Ey, sag mal. Ich kann nicht sagen, dass jetzt hier kein gutes Fahrzeug ist. Wir müssen einmal ein gutes Geländewagen bekommen. Einen guten Geländewagen bekommen. Anders geht es nicht. Ich war so lange, bis ich einen Geländewagen habe. Kein Geländewagen. Kein Geländewagen. Ich habe so einen Bus einfach. Nee, das ist so ein Käfer. Nee. Digga, das hatte ich auch schon, das Auto. Was ist das? Hä? Oh, ich habe einen Ferrari. Der könnte aber schnell sein dann. Okay, das. Oh mein Gott. Wieso, was hast du? Der ist so hart noch schnell. Der ist so hart noch schnell, Digga. Alter. Der ist so schnell. Meiner ist ja überlangsam. Und fliegen. Alter, was? Drehung, bitte. Nein. Ja, okay, ich habe nichts gesagt. Also der Ferrari da. Oh. Alter. Nee, out of map. Out of map. Die war mein jetzt hier an. Zeig mal, wie sieht deine aus? 80 kmh. Oh, ich kann dir nicht zugucken. Bist du? Ja. Oh nein. Oh mein Gott, ich sehe es gerade. Der Bus, alter. Ey, das ist dein... Wie ist dein Fest? Das kann doch nicht sein. Alter, wie soll man das denn bis da hinten schaffen? Wie soll das denn gehen? Okay, bist du ready oder was? Go. So ein Dreck-Auto. So ein Dreck-Auto. Alter, der kommt ja gar nicht aus dem Quark. Natürlich, Digga. Der kommt ja gar nicht aus dem Quark. Ich bin viel schneller mit meinem Polizeiauto. Du musst ja den Fuß fassen. Ah. 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 Oh mein Gott, nein. Mann, das ist zu komisch. Ey, was? Er kommt nie weiter als so. Natürlich, du bist grübelig an den Korb und du doch auch schon. Einmal. Komm, wir nehmen und setzen einen Geländewagen aus dem Menü. Okay. Okay, na gut. Na gut, okay. Jeder darf einen aussuchen. Einen nur aussuchen? Na gut. Ja, ich überlege aber, ich überlege gerade noch, welches der Beste sein könnte. Ich habe meins. Ich habe meins. So, das hier. Okay, ich bin bereit. Okay, warte, ich spawn mal mal rein. Oh mein Gott, das ist nicht dein Ernst, Digga. Das ist nicht dein Ernst. Ey. Los geht's. Wie kann man nur so dreist sein? Am dominieren. Oh, rein. Ich glaube, man darf ja nicht mit so viel Geschwindigkeit. Ah, ist ja echt. Oh mein Gott. RKO. RKO. Digga. Wrestling. Wrestling. Das ist schon wieder voll. Das ist schon wieder voll. Hau rein. Jetzt bin ich weg. Jetzt bin ich weg. Ich glaube nicht, dass man mit viel Geschwindigkeit langfahren muss. Ja, brems alle über abgelegen. Mit ganz viel Geschwindigkeit muss man das machen. Oh mein Gott. Oha. Digga. Oha. Ohne Probleme. Digga. Oh mein Gott, oh mein Gott, was? Oh Gott. Ja, man hat euch geregelt. Oh Gott, der Crawler. Alter. Nein, meine Reifen sind schon ein bisschen blockiert. Nein, einer ist blockiert. Nein, wir müssen langsam. Komm, mach nochmal. Aber langsam. Wir müssen ganz langsam. Ja, okay. Ich glaube, dann kommen wir übelts weit. Ich glaube auch. Das könnte auf jeden Fall weiter als grün. Das müsste am Ende sein. Ja, ja, das ist echt. Oh Gott, was. Ich will nicht crashen, Digga. Ich hau nicht. Geht doch Gas. Langsam, habe ich gesagt. Langsam. Was machst du, Bro? Ja, du bist doch richtig schlecht. Danke fürs Abbremsen. So. Digga, mach einfach mein Auto gar nicht. Nein. Ich hoffe, du crasht. Nein. Ich hoffe, du crasht. Mein Auto liegt auf dem Kopf. Okay, warte, ich spame jetzt hier extra. Digga, du Hund. Unglaublich. Cheating. Cheating. Ah. Boom. Ey. Ich hab jetzt. Geh weg jetzt. Okay. So. Ich kann jetzt hier weiterfahren. Das erste habe ich schon geschafft jetzt. Ich auch. So, nächstes. Alter. Was ist los bei deinem Auto da? Wieso nix los? Ah. Ja. Ja, wie einfach Karl der Käfer, ne? Ja, ja, ja. Wir müssen aufpassen jetzt. Du darfst nicht zu viel Gas geben. Wir müssen noch ein bisschen Gefühl machen einfach. Oh nein. Ich habe meinen Hinterreifen verloren. Auf dem Dach. So. Zack. Und easy. Sehr gut. Nächstes. Zack. So. Zeig mal. Ja, das Ding hat auf jeden Fall genug PS. Okay, warte. Ja, ja. Oha, grün auch kein Problem. Es wird sogar fast noch leichter jetzt. Okay, so. Du musst es noch einfacher. Bist du schneller oder langsamer grün? Äh, schön schnell, schön schnell. So. Schnell. Nein. Kannst du dich Fullspeed geben? Kannst du dich Fullspeed geben? Kann man gar nicht. Natürlich. Oh, natürlich. So. Oh, und grün auch easy geschafft. Sag mal. Läuft doch. Alter, ich fach gerade drüben rückwärts. Oh mein Gott, was war es denn jetzt? Oh Gott, Türkis. Blau. Alter. Okay, da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt, ob du es schaffst. Ja, klar. Oh mein Gott. Okay, da musst du halt immer ein bisschen berechnen, würde ich fast schon sagen. So, warte. Ich muss einfach kurz mein Ding drehen. Langsam. Alter. Wieso berechnen? Da musst du halt so ein bisschen. Da musst du jetzt durchfliegen immer. Das ist das Einfachste der Welt. Alter, hast du den Reifen verloren? Nee, du? Ja, aber hier liegt ein Reifen von dir. Vielleicht da hinten drauf oder so, aber von mir nicht. Digga. Oh mein Gott. So. Okay, okay, okay. Hier muss man ganz langsam haben. Also, Türkis war auf jeden Fall noch am einfachsten. Ja. Und zack. Blau auch kein Problem. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da musst du ganz, ganz langsam machen. Wie kein Problem. Ich komme nicht hoch. Ja, da musst du ganz langsam machen. Ich bin langsam. Blau ist doch easy. Guck mal hier. Ich glaube, ich hatte zu wenig Geschwindigkeit. Hä? Blau ist doch schwierig. Blau ist übelst easy, Bro. Ich habe schon letztes jetzt. Natürlich. Ich mache die ganze Zeit Backflips. Ja, dann bist du zu schnell. Du musst schön langsam machen. So, Blau auch geschafft. Digga. Am Start hier. Okay, Lila jetzt. Komm. Nein. Ich wusste es. Digga, wie hast du Blau geschafft? Hä? Absoluter Cheat. Vorsicht hoch. Vorsicht hoch. Ein absoluter Cheat? Lila wird schwer. Lila wird schwer. Also, ich komme Blau nicht rüber. Wie? Du musst doch einfach nur langsam ran und dann einfach Vollgas. Ja. Dass du einmal senkrecht bist und dich dagegen lehnst. Und dann Vollgas. Ja, aber das geht bei mir nicht. Dann kommt er nicht hoch. Schafft er nicht. Zu wenig Power. Ja, ich sehe es gerade, was du meinst. Bei Lila. Bei der nächsten Farbe. Alter, das ist auch schon ganz schwer. Alter, ich komme nicht weiter. Ich bin nur einen hochgekommen. Einfach zu schlecht für Blau. Ich komme nicht hoch. Einfach zu schlecht für Blau. Ah, nee. Alles gut. Ich habe es jetzt. Ich habe den Trick raus. Man darf dich komplett geradeaus ranfahren. Jetzt will ich mir auch sagen können. Ja, ich bin auch geradeaus ran gefahren. Hä? Nein. Ich bin komplett geradeaus ran gefahren. Warte. So. Blau. Ja, Lila. Guck mal, wie schlecht du bist. Du schaffst das gleich. Okay. Bin ich mal gespannt, ob du es schaffst. Bin ich mal sehr gespannt, ob du es schaffst, Digga. Lila ist nämlich ziemlich, ziemlich schwer. Nein, nein. Nein, das ist kein Problem hier. Das ist kein Problem für den King dann. So. Mal, lass mich sehen. Also ich überlege noch, was hier die beste Strat ist. Nee. So. Guck mal. Ich glaube, das ist das Maximum, was geht mit den Autos hier. Alter. Alter. Ich habe gerade Wheelie gemacht. Nee. Nee, 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 nee. Das ist schwer. Das ist richtig schwer. Aus dem Weg. Ich liege jetzt einfach. Okay. Zeig mal. Hä? Schaffst du oder was? Fast geschafft. Ja. Ich glaube, das ist die Taktik. Mit Chimpy Speed. Nee, das schaffst du. Die Autos haben nicht genug Power, um da hochzukommen. Doch, ich schaff das. Ja. Ja. Bitte der Erste. Okay, man muss mit Chimpy Speed, glaube ich. Anders geht es nicht. Ah. Warte. Alter. Nein. Ja, drück mich rüber, bitte. Nein. Ey. Ey. Ey, pass auf. Ich sag dir, wie man das Lila schafft. Ganz viel. Ey. Okay, komm. Ich würde sagen, noch drei Versuche. Und dann suchen wir uns ein neues Auto aus. Von hier aus. Nein. Ey, das ist unmöglich, das zu schaffen, Bro. Mit dem Auto. Der hat nicht genug Power dafür. Also echt. Hau ab jetzt. Kann man so drauf sein. Kann man so dreist sein. Ja. Ich habe ein gutes Schuh bei dem. Nein. Verdammt. Okay, komm. Geht ein neues Fahrzeug aus. Ich gucke jetzt auch gerade nochmal. Vielleicht habe ich jetzt nochmal die bessere Möglichkeit. Wenn man... Ist der schneller vielleicht? Er klingt nochmal ein bisschen schneller. Ja, ja. Der ist besser. Ja. Oh mein Gott, du schaffst ja direkt. Ja. Ich nass du. Oh Gott, den hier. Der ist auch krass. Okay. Alter, krass, dass du das geschafft hast. Krass. Fürst du mal einfach gucken. Easy. Jawoll. Alter, mit dem richtig leicht. Mit dem richtig leicht. Ja. Ja, ja. Weg, Nessi. Komm. Der hat so viel Power, Bro. Der kommt hier locker hoch. Zack. Und die letzte. Alter, ich kann mir... Ich muss nochmal... Alter, als ob du das schon geschafft hast. Ich bin drüben schon. Digger, easy war der. Okay, warte, ich schaffst... Ja, meine auch easy. Okay, mal gucken. Kein Problem. Jetzt Lila hier mal schauen. Die Rampe nach oben. Das müsste ja eigentlich auch klar gehen. Oh, nee. Schaffst deine nicht mehr jetzt. Ja, Lila könnte schon interessant werden. Mal gucken. Okay, also das ist blau. Ne, was ist das überhaupt? Blau. Nein. Nee, der schafft das nicht. Der schafft das nicht. So, vorsichtig. Mit Speed vielleicht. Digga. Was machst du da? Du Akrobat. Oh, nee. Lila schafft er nicht. Guck mal, warte. Ich komme jetzt. Meiner schafft es jetzt. Meiner schafft es jetzt. Alter. Ich stehe jetzt mit Power. Mit Power, mit Power. Komm. Mit Power, komm schon. Ah. Alter, Looping. Au. Okay, ich muss was Neues wählen hier. Ich muss was Neues wählen hier. Es gibt, glaube ich, nicht, wo man rüberkommt. Oh, doch. Es gibt nur eine Sache, mit der man dann noch rüberkommt. Das weißt du auch. Welches? Das weißt du ganz genau. Nein. Bisschen länger. Ja, aber mit dem Bus kommst du nicht rüber. Was denkst du denn? Natürlich. Digga, na klar. Guck doch. Null. Hä, Sven? Ich dachte, damit komme ich jetzt easy rüber. Ja, was denkst du denn, Alter? Wohl. Da. Machbar. Machbar. Alter, was passiert da mit dem? Nächste. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Okay, ich muss nochmal. Aber es ist auf jeden Fall machbar mit dem. Aber man ist halt ein bisschen kaputt an. Kämpf dich hoch. Nee, ich glaube, es ist wie noch ein Besseren. Es ist wie noch ein Besseren. Du hast, okay, auch den gleichen Bus. Ja. Und hoch. Also, ich glaube, es ist machbar mit dem. Aus dem Weg. Oh, ja. Yeah. Yeah. Digga, es geht bei deinem Bus. Yeah. Yeah. Nein, ich lieg hier oben drauf. Okay, ich hab die erste geschafft. Ich hab die erste geschafft. Aber mehr geht nicht. Au, ich lieg hier irgendwo an der Seite. Nein. Oh, nein. Bis Lila haben wir es geschafft. Kaspar, gib Gummi und zerfolgt die Polizei. Sie verfolgt mich, sie rappt mich schon. Los, drückt auf. Ich versuch die Arbeit. Ich versuch sie zu schieben. Ich versuch sie. Aua, aua, aua. Längen, läng, 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 läng. Wow, drei Bremsen weiter. Oh mein Gott. Was macht die Polizei? Oh mein Gott. Weiter, 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 weiter. Schnell, schnell, schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sehr gut, komm. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Lass uns weiterfahren. Alter, wir müssen hier probieren, ganz nach unten in meinen Berg zu kommen. Boah, das sieht so krass aus hier, Alter. Die Straßen sehen auch nicht easy aus. Ich glaub, der ist weg. Alter, da ist er wieder. Ich glaub, der ist weg. Der Polizist. Oh Gott. Oh Gott, der drückt der voll drauf. Was machst du denn? Oh nein. Oh Gott, er crasht selber. Ich komm, ich komm, ich komm. Oh mein Gott, ist der schnell. Der ist genau unten hier. Ja, ja. Ich komm raus hier, ich komm raus hier. Oh mein Gott. Er gibt einmal rüber ins Gang. Er ist wieder Gas. Jetzt, Kaspar, fahr jetzt. Ja, ich drück doch drauf. Okay. Wieso ist der so schnell? Ey, das ist echt voll schnell, ne? Oh Gott. Oh Gott, weiter, 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 weiter. Er will mich runtercrashen. Er will mich runtercrashen. Ich seh's, ich seh's. Warte, ich crash ihn. Jetzt. Jetzt schnell weiter. Oh mein Gott, was hab ich getan? Fahr weiter, Fahr weiter, Fahr weiter. Okay, warte, 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 ja, ja, ich muss die ganz kurz zerfolgen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, okay, ab zum Haus. Ey, ich hänge irgendwie auf Fett oder so. Los, pass auf. Okay. Was ist denn? Okay, da war ich mal im Haus, da kurz die kleine Rastpausse. Alter, die Polizei ist wieder hinter uns. Lass dir anhalten. Oh mein Gott, du hast recht. Nicht anhalten, nicht anhalten. Oh Gott, okay, weiter, weiter, weiter. Gib Gummi, Alter, alter. Bro, mein Auto ist schon voll Schrott. Wir müssen wieder abhängen, irgendwie. Neeein. Was machst du? Nein, ich hab nach hinten geguckt. Was machst du? Alter, wie fährst du? Okay, 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 ich bin wieder am Start. Mein Auto ist so hardcore Schrott. Ich brauch irgendwie mal ne Werkstatt. Ist hier irgendwo eine Autowerkstatt? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Gummim, die Polizei ist da jetzt nicht hinter uns. Schon wieder? Oh Gott, da kommt der schon wieder, stimmt. Oh nein. Kaparier dein Fahrzeug hier einfach schnell. Kaparier schnell. Okay, 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 los. Ist repariert. Okay. Weiter geht's, weiter geht's. Komm, Kaspar, let's go. Wir müssen jetzt hier draufdrücken. Oh Gott. Gummi geben. Oh mein Gott, rechts weiter, rechts weiter. Yo, was geht hier ab? Hier war ein Erdrutsch. Alter, hier war echt ein Erdrutsch. Alter, wie krass sieht das hier aus? Die Polizei ist hinter uns. Okay, okay, alles gut, alles gut. Ja, schön langsam, schön langsam. Oh Gott, oh Gott. Wir müssen halt hier nach unten ankommen. Da wartet schon was cooles auf uns. Oh Gott, ich seh's, ich seh's. Bitte stehenbleiben, Polizei. Oh Gott, okay, komm. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Weiter, 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 weiter. Okay, komm. Ich glaub, wir müssen das abhängen. Er glaub ich auch, was ist so ne krasse Bergpassage hier? Ich weiß, die sieht echt nicht sonderlich gut aus, ne? Oh Gott. Oh, Alter, warum fahren die ganze dein Auto? Oh. Was ist denn da? Oh, nicht, du sollst mich nicht raten. Wie? Was machst du? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich bin so hardcore schnell, Alter. Oh nein, 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 nein. Oh nein, Stein, Stein, Erdrutsch, Erdrutsch, Erdrutsch. Oh mein Gott. Oh Gott, was machst du denn? Warum bist du so schnell? Ich bin hart, der schnell. Mein Auto qualmt nicht. Mein Auto ist komplett heilig. Oh Gott. Stein, 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 Stein. Ich weiß. Brems. Ah. Brems. Oh mein Gott, mein Kofferraum. Nein. Ich seh's. Oh mein Gott, nein. Baustelle. So, okay, ich bin wieder am Start. Verdammt, ich hab den Reifen verloren, ey. Verdammte Axt. Und die Polizei kommt. Oh Gott. Alter, wo kommt der her? Los. Oh mein Gott. Zieh ihn zu, er ist gecrashed, er ist gecrashed, er ist gecrashed, er ist gecrashed. Was machst du denn, Idiot? Okay, gib Gummi, gib Gummi. Okay, weiter, weiter. Okay, 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 okay. Können wir hier abkürzen über die Röhre? Äh, nein, da können wir nicht rein. Boah, das wäre aber krass gewesen. Okay, wir gehen immer weiter ins Tal rein, ne? Alter, der ist schon wieder hinter uns. Oh nein, er ist schon wieder hinter uns. Oh Gott. Oh mein Gott. Alter, hier ist ein dickes Erdloch. Warte mal, warte mal, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Fahr vor, ich lenke ihn ab, ich lenke ihn ab. Okay, okay, ich fahr vor, ich fahr vor, ich fahr vor. Du musst ihn von der Seite am besten gleich crashen, während ich ihn ablenke. Ich mach ihn schön langsam oder so. Oh Gott, was ist das für Löcher? Jetzt ist er dir hinterher jetzt, ne? Oh nein, oh nein. Hau ab hier, was soll das? Der ist dicht an dir dran, glaube ich. Wir müssen ihn irgendwie richtig taktisch runterschubsen oder so. Achtung, Achtung, vorsichtig, vorsichtig. Oh Gott. Da hast du nichts. Oh, 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 was machst du denn? Die Polizei kommt, schnell. Fahr weg, fahr weg, fahr weg. Oh nein, ich hab nichts. Ich drück drauf, schnell weiter. Oh Gott, meine Motorhaube vorne. Oh mein Gott, weiter, weiter, weiter. Du bist voll da reingedrückt. Aus Versehen, einfach weiter, einfach weiter. Oh mein Gott, der wollte uns grad festen. Der wollte aussteigen gerade. Ich wollte grad festen, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh Gott, oh Gott, hier rum. Driften, ja, alles gut, alles gut. Das schafft er doch niemals. Er fährt er langsam. Er fährt er langsam. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Okay, komm weiter, weiter, weiter. Bei mir haben wir was kaputtes qualmt bei mir. Ja, weiter geht's hier, komm schon. Bei meiner Motorhaube. Da ist die Time-Kinder, können wir kurz auftanken? Ja, okay, okay, okay. Oh mein Gott, ich bin da fast runtergefallen. Komm, hier, wir holen uns neue Autos jetzt hier. Oh nein, der kommt da. Unlock los, schnell, Render Weakle. Drück drauf. Komm, 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 komm. Komm, ich komm, ich komm, neues Fahrzeug freischalten. Okay, neues Fahrzeug, zack. Freigeschalten, was hast du? Oh mein Gott, ich hab so einen Mazelcar. Ich komm, ich komm, ich komm. Das ist krass. Schau dir was, hol dir was, hol dir was. Und, und, neues Fahrzeug, mal gucken, was kriege ich. Ja, 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 zeig mal. Oh Gott, oh Gott, der Polizist, der hält den, komm ich an. Oh mein Gott, nein. Ich hab so ein pinkes Auto. Weiter, weiter, schnell. Oh Gott, der dreht, der dreht. Oh nein, 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 nein. Ich weiß, beeil mich. Oh Gott, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Ich glaub, Alter, der macht da vorne irgendwas. Hast du dir nochmal ein neues geholt, oder was? Nein, nein, ich hab hier Dingens. Ich hab so ein pinkes Auto bekommen einfach. Ach so. Okay. Richtig unkorrekt. Du sollst eben so ein kleines gehabt, wo ist das denn hin? Oh Gott. Nein, nein, nein. Ja. Bro. Oh Gott. Okay, warte, ich muss, ich muss ganz kurz zurückgehen. Was hast du getan? Zurückgehen, du musst ja am besten zurückgehen, so. Oh nein, ja, ich auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, der kommt angefahren, angerast, kommt der Polizist. Los, los, weiter zurück, zurück, zurück. Alter, ist wie zu schnell. Oh Gott, der ist wie zu schnell. Der crasht. Oh mein Gott, der crasht. Alter, wie ist das so sick? Wo ist der? Da ist der. Oh mein Gott. Wie der crasht. Guck wie tief der noch fliegt. Alter, jetzt so tief runter, der Arme. Okay, 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 komm, let's go. Jetzt sind wir erstmal losgeboren jetzt hier. Okay, 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 sehr gut. Okay, wir müssen auch nicht weiterfahren. Ja, langsam, 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 langsam. Hier um die Kurven, ne? Hier um die Kurven. Oh ja. Warum hab ich auch so ein pinkes Ding bekommen? Was soll das denn? Ich hab ein gelbes, aber mein Ding ist voll schnell. Ist übelst schnell. Aber so ein pinkes Ding, Alter. Oh, gerade Schrecke, ich geb mal Vollgas. Hier, 110, ist ein bisschen zu schnell vielleicht. Ja, ich bin auch gerade schon ein bisschen schnell unterwegs. Also auch beide Wackelkars bekommen haben, ne? Okay, hier müssen wir bremsen. Oh mein Gott. Was machst du denn? Alter, das ist voll gecrasht. Du willst in so ein Loch rein. Ey, jetzt muss ich mich jetzt zurückkommen. Die Polizei kommt schon wieder. Oh mein Gott. Er hat mich gecrasht. Der nimmt mich fest. Der nimmt mich fest. Nein, 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 Kaspar. Ich muss weg, du musst mich abholen oder so. Kaspar, ich bin doch neben dir. Ich bin doch neben dir. Oh nein. Weg. Gib Gummi, gib Gummi. Weg. Also ich muss durchsichern. Okay. Los, weiter, weiter, er kommt. Ach, der Geist. Was machst du denn? Ich hab nicht geguckt. Das ist ja wirklich anders los. Jetzt ist er hinter mir, jetzt ist er ganz hinter mir. Er ist zwischen uns, er ist zwischen uns. Nein, nein, nein. Hau ab, du Polizist. Lass mich in Ruhe, Polizist. Kaspar, komm jetzt. Weg mit dem. Wow. Das hat er nicht überlegt. Jo, der ist so gecrasht. Oh, du bist ja auch gecrasht. Ey, Bro, Mann, was passiert hier? Ich bin auch fast gecrasht, ganz vorsichtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss die ganze Strecke nochmal neu fahren. Hier ist der Polizist. Wo bist du jetzt? Wo bist du denn jetzt? Ich bin beim Polizisten gerade, so vorbei. Ey, ich glaub, der fährt noch. Der rollt noch. Wie meinst du? Oh Gott. Oh nein, ich sehe. Was machst du denn? Wie fährst du denn? Ich bin einfach, das Auto ist zu schnell dafür. Aber egal, so geht's, so geht's. Abbremsen musst du. Ja, okay, jetzt. Der fährt wieder, ich glaub's nicht. Ja, deswegen gib doch mal Gas jetzt hier. Oh Gott, drück drauf, drück drauf. Alter, da geht's. Drück drauf. Vorsichtig, ne? Vorsichtig fahren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hörst du denn wie so ein Verrückter? Du hörst ja wie so ein Verrückter. Wow, egal, egal, egal. Geht noch, geht noch. Okay, okay, okay. Easy, easy, easy. Oh, hier vorne ist ne Brücke. Aufpassen. Ne Brücke. Raus hier aus dem Loch jetzt. Der Polizisten ist in so ein Loch eingefahren. Doch, er kommt raus, er kommt raus. Er ist raus, er ist raus. Oh Gott, nein. Ich bin jetzt hier auf der Brücke drauf. Mein Ausfall ist auf der Brücke, oder? Oh Gott. Verdammt. Okay, ich muss mich grad neu reparieren. Ich bin hier grad gecrashed. Mein Fahrzeug hat nach rechtsgelenkt. Das ist nicht dein Ernst. Verdammt, fährt noch. Alles gut, Bro, fährt noch. Ne, ich glaub nicht, dass das Ding noch fährt. Das Ding ist Schrott. Schnelle, der Polizist kommt. Oh nein. Okay, fährt am Start. Okay, jetzt komm. Geh Gummi. Gib Gummi, gib Gummi. Welche war eine Abkürzung, Abkürzung? Warte, wir können abkürzen hier vor dem. Okay, links, wir fahren links. Das schafft er niemals hier rein. Komm, wir lass dir kurz warten. Komm, wir lass dir kurz warten. Ja, er ist gecrashed. Der Duny ist gecrashed. Lass dir kurz warten. Er fährt wieder, er fährt wieder. Lass uns warten hier. Fahr doch jetzt. Bro, der fährt doch außen dann vorbei. Wo denn? Mann, Alter. Ich glaub, der fährt außen dann vorbei. Das wär viel lustiger, wenn der vorbeifährt. Der hängt da fest. Der hängt da fest. Der wird uns genau verfolgen. Mann, komm, weiter. So. Aus dem Weg jetzt hier. Oh Gott. Oh Gott. Wie tief geht denn das Tal hier noch? Es geht hier echt ziemlich tief noch, ne? Oh nein. Ruhig, ruhig, ruhig. Aufpassen, aufpassen. Und full speed. Du wirst einfach einspurig auf einmal aus dem Licht. Oh mein Gott, ich bin direkt neben dir, ne? Ich bin direkt neben dir. Oh mein Gott. Oh nein. 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 Okay, warte, ich muss kurz schnell. Ich glaub wieder nach oben. Komm zurück. Der Polizist ist in der Nähe bei uns. Oh nein. Ich wurde erwischt, ey. Ich muss wieder hier oben. Okay, los. Ich glaube, er ist nicht mehr weit. Oh mein Gott. Er fällt runter gerade. Weiter, komm schon. Voll Gummi, voll Gummi. Ich bin wieder auf die Brücke. Oh mein Gott, ich muss das runtergefallen. Okay. Ich bin jetzt am Start. Oh mein Gott, das ist nicht wieder fällt. Der Polizist gerade runter. Ey, wir haben schon richtig viel geschafft, ne? Wir haben schon richtig viel geschafft. Ohhhhh. Ja, ich will aber langsam ans Ziel kommen. Ich lau. Der ist da eben noch ganz klein runtergekullert. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Erdrutsch. Erdrutsch. Langsam. Langsam. Oh mein Gott, das ist rutschig. Ich bin schnell gerade. Oh mein Gott, Bro. Okay. Weiter, 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 weiter. Mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig. Komm weiter, weiter, weiter. Was machst du? Wie fährst du? Ich warte schnell. Okay, warte. Ich komm wieder. Warte doch mal auf mich. Ich bin dahinter dir. Ah, sieh zu. Ich geb schon Gummi, ja, kein Problem. Du musst schon zehn Jahre warten. Nein, alles gut hier, kein Problem. Okay, okay, okay. Wie tief ist denn das Tal überhaupt noch? Bisschen noch. Boah, da unten ist die Endstation. Ich seh schon das Haus da und ich kann's schon erkennen. Unser Lager. Guck was. Da unten links, siehst du das, das große Haus? Ah, ich seh's. Also du fährst ja wirklich wie so'n Anfänger, ne? Ja, ich musste jetzt hier gerade noch einmal dingsten. So, jetzt aber. Oh nein, mein Motor macht langsam schlapp. Ich muss langsam wieder tanken. Ja, ich auch. Da vorne ist auch das Haus. Oh, ja stimmt, da können wir tanken. Okay. Okay, ich komm mir eigentlich ganz gut durch jetzt mit meinem Wagen. Oh, ja, okay, sehr gut. So, vorsichtig. Ja, oh mein Gott, was war das denn für ein krasser Move? Vorsichtig. Okay, das war sehr, sehr krass. Ganz vorsichtig. Okay, kann man tanken, ich kann man tanken. Okay, sehr gut. Hallo, einmal voll tanken, bitte. Tanki. Hey, ich fahr grad dran. So, und ich krieg noch ein neues Fahrzeug von dem geschenkt. Oh, ich hab ja fast den selben Wagen. Oh, ich hab den selben Wagen, oder? Nee, noch nicht. Okay, jetzt warte. Und. Oh, nee, ne? Oh, nee, Bro. Wie soll ich das denn schaffen, Digga, mit dem Teil? Was ist denn das denn, Oma-Kutsche? Das schaff ich nicht. Komm ich langsam, das ist voll das Wackeldackelauto. Ja, komm, hol den neues, komm. Ich fahr kurz dem aus hier. Vielleicht hat der noch mal ein zweites in der Garage stehen. Hat der noch ein zweites hier? Ich frag mal. So, warte mal. Und. So, Clown! Vielleicht hat der ein neues Auto, oder so, was ich klauen kann. Oh, okay, nehm ich. Einfach so ein Van hier. Okay. Ja, nimm mal mit jetzt hier. Oh Gott. Der lässt sich aber gar nicht so gut handeln. Ich weiß. Ist auch ein Van. Oh nein, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dass ich das überlebt hab gerade. Oh, Tunnel, Tunnel, Tunnel. Oh nein. Oh oh. Alles gut, aber alles gut, alles gut. Wir können weiter. Ach, da ist die Kurve, ne? Brems ab. Ich seh's, ich seh's. Brems, ich brems. Ich brems schon, volle Kanone. Alles gut. Oh mein Gott. Okay, easy. Easy, weiter. Ja, sehr gut. Yo, hier ist ein Leuchtturm oder so. Ne, so ein Wachtturm. Oh mein Gott. Ey, aufhören. Oh. Oh mein Gott. Die sieht gar nicht gut aus die Straße. Guck mal, da unten links ist schon unser Haus. Ich weiß, ich seh's auch. Hey. 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 Abkürzung. Was machst du da? Abkürzung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Auto ist komplett schrott. Da fährt gar nichts mehr. Ey, ich mach auch noch mal hier ganz kurz runter. So. Wieder hoch. Okay. Nichts passiert. Hier ist gar nichts passiert. All good. All good. Weiter geht's, komm. Komm schon, wir sind fast da. Wir haben's fast geschafft. Noch ein Stück. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alter, bleib mir bloß entfernen. Alter, was ist hier wieder für eine Straße, Alter? Das ist auf einmal. Oh mein Gott. Voll rutschig hier auf einmal. Aus dem Nichts. Errutsch. Steine. Steine, Steine. Dicke Steine. Da ist selbst so ein Baum runtergekommen. Krass. Ich weiß. Da waren richtig fette Steine. Ich weiß. Oh, wir haben's gleich, wir haben's gleich. Oh, Profi. Oh, Drift. Wie ein Profi bin ich hier gerade. Yes, easy, easy. Selbst mit Transporter easy. Okay, weiter, weiter, weiter. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh. 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 Ja. Okay, ich hab die große Runde gelegt. Und wir schaffen's. Wir haben es nach unten geschafft. Yippie. 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 Und ich glaub, die werden immer größer jedes Mal, ne? Hey. Das erste. Ah, was machst du? Oh. Das ging aber auch. Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Du hast mein Porsche gecrashed. Oh. Das ist doch kein Porsche, das ist ein Audi A8. Ja, ein Audi, Audi, mein ich doch, mein ich doch. Komm, wieder ran hier? Komm, lass uns mal. Okay. Jetzt mal richtig hier mit dem Wagen. Oh. Oh. Wir machen jetzt nämlich hier einen random vehicle. Wir gucken, wie weit wir heute kommen. Alter. Mit den krassesten, verrücktesten Fahrzeug. Ich bin selbst gespannt. Du hast mich gerammt. Ich bin ja viel schneller als du. Oh. 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 Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ach nein. Weg da. Hau rein. Hau rein. Der Ding fährt ja noch. Ja, ja. Ich fahr doch noch hier rüber. Lass mich nicht zurück. Oh Gott. Okay. Random vehicle Nummer 1. Oh Gott. Ich drück mal drauf hier. Oh nein, meins geht nicht mehr. Ja, ich hab das gleiche nochmal. Na toll. Komm nochmal. Hä? Okay, ich mach jetzt auch hier random conflict. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso hast du denn bekommen? Was ich bekommen habe, Digga. Was? Was ist das? Das ist ein Bugatti oder so? Hau rein. Ja, hau mal rein. Ja, hau mal rein. Ey. Oh mein Gott, Digga. Ich bin damit so schnell. Ey. Ich hoffe, du würdest direkt drauf gehen mit dem Ding. Bah. Nein, Digga. Oh mein Gott. Nein. So ein Plastikauto. Alter. Hier ist langsamer gar nicht mal so schlecht. Oh, 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 oh. Oh. Bist du gecrashed? Oh. Oh, ich glaub meiner fährt noch. Ich glaub meiner fährt noch. Nix los. Meine Karre geht noch, Digga. Naja ist kaputt, Alter. Und weiter gehts. Kannst du jetzt zugucken auf Tab? Und durchs nächste Loch. Okay, komm. Nein. Tja, hättest du wohl gerne. Oh, Mann. Hättest du wohl gerne. Ich glaub auch, langsamer ist hier wahrscheinlich die bessere Wahl, ne? Komm, wir gucken mal. Ja. Okay, komm. Dann random conflict, bitte jetzt gib mir langsames Fahrzeug. Gönn was krasses. Na ja. Gönn was krasses bitte. Was hast du? Ich hab so ein, äh. Was hast du bekommen? Ey, das ist so eine Familienkutsche. Okay, ready? Wow. Hau mal rein, Digga. Meine Familie kurz aus merken. Mitten drin ist die schneller als deine. Ja? Na Gott. Gleich noch deutlich. Ist jetzt, ist jetzt auf. Ist jetzt auf. Au. Was machst du? Okay, warte. Schiebung. Warte, wir waren nach vorne. Okay, los. Alter, ich hoffe, hau ab jetzt. Hau ab jetzt. Hau ab jetzt. Hau ab jetzt. Der ist zu. Hau ab jetzt. Hau ab jetzt. Warte, wir waren ein bisschen schneller. Wir sind schneller Kollege. Geschwindigkeit ist gar nicht mal so gut. Du bist ein bisschen schneller Kollege. Ach Mann, Digga. Was machst du? Wieso schiebst du mich? Alter. Ich hab mich crashen. Ich kann doch in sie fahren. Oh. Ich lieg auf dem Dach, Alter. Oh. Und du kommst ganz gut durch hier. Oh. Ich kann immer noch fahren. Wie lange überlebst du? Jaja, kannst du mal sehen, Kollege. Wie lange überlebst du? Oh. Oh nein. Der Hotdog, Digga. Wie das aussieht. Der Hotdog, Digga. Wie das aussieht. Der Hotdog, Digga. Der Hotdog, Digga. Neue Runde. Neues Glück, würde ich sagen. Ich glaube, wir brauchen einfach nur richtig langes Fahrzeug, weißt du? Ja, richtig lang. Oder was so aufmäßig mit so Geländereifen und so ist, weißt du? Hau sie rein, Officer. Oh ja, stimmt. Hey. Bleiben sie stehen. Sie haben keinen Führerschein. Hau sie ab. Hau sie ab. Die kommen nicht vorbei. Jetzt werden die sofort stehen. Die kommen nicht vorbei. Ich muss die Nagelkette rausholen. Oh Gott. Niemals. Oh. Oh Gott. Oh. Oh. Weiter gehts, weiter gehts, weiter gehts. Oh. Alter. Oh nein. Oh nein. Ich auch. Oh. Okay. Alter, ich komme mit dem Ding. Oh oh. Schnell rüber. Oh. Oh mein Radiator. Mein Radiator. Oh Gott. Oh. Oh. Oh ja, ich komme weiter. Nein, das war's über dem Ding. Und du? Nein, mit meinem auch. Der ist Schrott. Das blockiert alles. Mann, okay. Na gut. Aber hinten wird das Loch so riesig sein, ne? Ich sag dir, wer es nachher schafft, der hat ja gewonnen. Oh, warte mal. Was denn das? Uh. Was denn das denn Ding? Ich bin rausgeflogen. Oh. 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 Hey, meins fährt nicht. Hä? Oh, meins fährt. Wie schlecht. Du warst doch im Rückkehrsgang. Hau rein. Alter, du wirst jetzt so weggedroschen dafür. Oh nein. Oh nein. Du wirst jetzt so weggedroschen. Nein. Nein. Du wirst so weggedroschen jetzt dafür. Oh. Mein Minion, Digga. Mein Minion. Oh. Hey, meins bremst nicht. Meins bremst nicht. Oh. Ja. Gegecrasht. Und guck dir mal mein Minion an. Meiner fährt noch, ne? Oh. Ich hole dich ein. Wunderbar. Keine Sorge. Ich hole dich ein. Eww. Du holst dich niemals ein. Oh doch. Oh. Oh. Oh nein. Oh mein Gott, dass ich jetzt noch überlebt habe. Ich wette, weiter kommst du nicht. Oh oh. 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 Bisschen langsamer hier. So, so geht's. Oh oh. Bisschen langsamer hier. Oh oh. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh. Alter, wie schnell bist du? Ja. Oh mein Gott. Ja. Nein, Bro. Nein. Ja, ich werde mal fahren. Mein Auto ist eine Praline geworden, Digga. Oh Gott. Das ist ein Marienkäfer. Jo. Der Marienkäfer. Jo. Perfekt. Danke. Ich fahr los. Hau rein. Ja, ich kann auch fahren. Das Ding ist so schratte ey, Mann. Ich kann auch fahren. Du bist auch seit dem Löchern vorbeigefahren. Gar nicht. Ich hab's doch gesehen. Guck. Meins fährt ja noch ganz easy. Ich glaube wir fahren auch viel zu spät an. Oh. Ja, wir müssen, wir müssen glaube ich ganz ganz langsam da rein. Einfach nur, ne? Nein, komm mit hier. Komm mit. Und zwar ist hier vorne eine Startlinie. Ja. So glaubst du wir sind zu schnell dafür? Ja. Ach so. Hier ist die Startlinie. Oh, zack. Okay. Okay. Ready? Random Config. Mal gucken, was ich bekomme im Wagen. Okay. Oh mein Gott. Was ist denn das jetzt? Ey Bro. Was ist denn das für ein Beagle von dir? Oh. Okay. Guck dir das mal an. Dann komm mit auf die Bieben Safari. Oh mein Gott. Okay. Du bist im Bus. Das guck ich mir mal ganz genau an. Digga, mein Auto ist so hart. Ich glaube man muss das Ganze ein bisschen langsamer fahren. Der ist ja so langsam. Oh mein Gott. Alter, der ist schon aufgesetzt vorne. Oh mein Gott Digga. Ich habe es gesehen. Der ist schon aufgesetzt eben. Oh mein Gott Digga, mein Auto ist so krass Bro. Das ist alles krass. Alter, der Bus setzt voll auf. Wenn man immer schön langsam da durchgeht, dann easy. Dann easy. Wow. Du musst ja trotzdem Feuergas geben. Oh mein Gott Kollege. Alter, hinten sind wir schon Teile aufgegangen. Oh mein Gott. Oh nein. Oh mein Gott Digga. Oh mein Gott. Okay. Okay, okay, okay. Der biegt sich so ein bisschen nach vorne. Oh nein. Ey, wie schlecht. Nein. Ja. Alles gut. Alles gut. Okay. Okay, okay. Na, ich kann nicht mehr rüber. Doch jetzt. Soll ich dir raushelfen? Hilfe. Kein Problem. Meine Reifen sind nur leider etwas blockiert. Los. Ich schieb doch schon. Mehr kann ich auch nicht machen. Es sind alle Reifen der Luft. Na gut. Okay. Random Vehicle. Komm schon. Also ich glaube was langes ist nicht das Richtige. Nein, nein. Du brauchst auf jeden Fall schon. Oh. Oh. Was sind das jetzt hier? Okay. Ready? Oh, Enis Fahrzeug. Let's go. Oh. Ja. Mach mal nicht gegen jetzt hier mit Rambo. Rambo. Oh mein Gott. Ja. Ey. Digga, mach einfach außen vorbei Digga. Ging nicht anders. Ah. Ja. Ja. Nein. Ja. Nein. Aus dem Weg. Nein. Bei mir ist sowas gebrochen. Ja. Ja. Da ist sowas kaputt gegangen. Die Achse ist schrott. Die Achse ist gebrochen hinten oder so. Nein. Ja. Und zurück in Spawn. Okay. Dafür habe ich jetzt nochmal ein bisschen das Fahrzeug. Also. Pass auf. Ich habe auf jeden Fall die Taktik. Wir müssen das ganze. Ja. Hä. Ich habe was krass bekommen. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wie fährst du denn? Ja. Aus Versehen. Es lässt sich nicht mehr so gut lenken. Ich glaube irgendwie vorne die Achse ist schrott. Ich glaube auch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Der alte Janky. Digga. Du bist doch auch durch. Hallo. Die sind dafür da, dass man da durchfährt. Gib mal Gas mit deinem Ding. Digga. Du fährst ja nur daneben. Du bist ja so ein Pranker Bro. Das ist wirklich unglaublich. Ach man. Ich wollte ja nur crashen. Ey. Was. Da war noch Karma Shell. Ja. Mein Auto ist schon Schrott. Mein Auto ist schon Schrott. Oh nein. Gefundene Stressen. Dude. Oh. Oh. Ey. Jetzt machst du so ein Cabrio. Dann fahr ich mal weiter mit dem Ding jetzt hier. Ja. Mein Ding ist Schrott. Oh man. Okay. Das ist ja easy. Du musst ja langsam alles machen. Ja. Ach was. So. Guck mal hier. Ja. Ich guck. Ich guck. Das beste Fahrzeug aller Zeiten. Mal hier. Du sollst nicht abbremsen. Gib doch mal Vollgas. Du hast auch zu mir gesagt. Gib Vollgas. Ich hab gemacht. Oh mein Gott. Vollgas jetzt. So. Digga. Er brennt da. Guck ihn doch an wie er abbremst. Ich glaub's nicht Digga. Wieso ist das sonst schaffen. Oh ja. Das sieht gut aus. Verbogen. Verbogen. Na selbst schuld Digga. Kann ich mal lenken nach links. Random Conflict. Ah. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich will nämlich jetzt mal. Ich will jetzt das gleiche Auto nochmal haben. Man muss das ganze einfach übelst langsam fahren sonst wird das nichts. Also echt. Was hab ich denn jetzt auf Stützrädern. Dann. Tschüss. Sein Stützräder. Sein Stützräder. Sein Stützräder. Abflug. Ey. Verbiegst meine Stützräder. Oh mein Gott Digga. Hilfe. 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 Hau rein. Nein. Ich liege nochmal mal. Ich brauch was anderes Digga. Ich will jetzt wirklich so ein Geländer Auto einfach haben. Ich brauch was anderes. Ich brauch ein besseres Fahrzeug. Aber du bist das was du bekommst. Du bist das was du bekommst. Du bist das was du bekommst. Okay ready? Let's go. Ich glaub meiner ist gut. Ich glaub meiner ist sehr gut. Alter was ist denn so schnell? Was ist so schnell? Digga weil das ist die größte langsame Oma. Oh Gott. Vorsichtig. Zack. Boah ich glaub meiner ist übelst gut. Ganz vorsichtig. Zack. Na meiner ist echt stabil. Federung easy Digga. Federung. Alter meiner ist stabil. Sieht ein bisschen anders aus. Nein. Nein. Ja. Nein. Du unkorrekt. Nein. Du unkorrekt. Du unkorrekt kann man sein. Das ist so unkorrekt. Wie gut meiner fährt Digga. Dass du dich nicht gemütet hast. Wie gut meiner fährt Digga. Guck dir das doch mal an. Nein. Aber guck mal. Das ist das was ich meinte. Man braucht echt. Man muss langsam. Ja man muss langsam fahren. Aber man muss irgendwie. Weißt du mal ein schnelles Auto trotzdem. Ey Digga. Ich weiß. Alter was denn das? Alter. Alter. Der Hopper. Ich brauche ein anderes. Viel zu lahm Bro. Der fährt 5 kmh. Na gut. Ich nehme was anderes. Dann zeig was du bekommen hast. Okay. So ein getuntes Ding. Ja. Auch nicht schlecht. Okay. Los geht's. Was machst du denn? Was machst du? Was machst du? Hau ab. Was soll das? Oh Gott Digga. Was machst du denn da? Er fährt außen rum. Nein. Ich kann nicht mehr lenken mit dem Auto. Ah. Oh nein. Mein Kühler ist schon Schrott. Okay. Du bist ja von langsam. Au. Gar nicht. Aber der schlägt sich erstaunlich gut. Oh nein. Hau ab. Du hast hier nur 3 Reifen. Wie 3? Du hast nur 3 Reifen bei mir. Nein. Hinten rechts. Der fehlt auch. Ja Bro. Na toll. Danke. Jetzt kann ich nicht mehr anhalten. Au. Und und mal. Bitte einmal helfe. So komm. Ich schaue jetzt weiter durch. Ein bisschen Löcher. Eigentlich noch. Random Config hier. Ich brauche jetzt mal was krasseres. Ich kriege ja jetzt halt nur Sport. Alter ich komme richtig weit jetzt. Zack. Ah. Was ist das für Müllautos? Nein. Das darf nicht wahr sein. Alle alle mal den gleichen. Das darf nicht wahr sein. Naja mit dem Polizeiauto. Was machst du denn alles die ganze Zeit? Was? Ich habe einmal ein Auto geholt nur. Okay. Das wird es jetzt. So ready? Okay und los. Go. Digga wie du mich schon wieder wegstoßen willst Digga. Fahr doch vor. Gar nicht. Gar nicht. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wichtigste meiner Sache ist die Technik. Das wichtigste ist die Technik. Oh nein. Okay. Okay. Ist nicht schlimm. Wir müssen zur Verkleidung. Digga. Ist glaube ich nicht lustig wie Spawned. Das wichtigste ist die Technik. So. Digga. Kannst aber bitte durch die Löcher fahren wenn du mich jagst. Ist ja unglaublich. Ist ja über unfair. Ist immer außen an vorbei. Komm ich bin so gut gerade am Start Digga. Oh mein Gott wie schlecht. Wie schlecht. Wie schlecht. Ja ich hatte es auch easy. Oh. Okay. Ey jetzt ist jetzt schon mal ein Reifen kaputt gegangen. Ja selbst schuld Digga. Mein Auto bei dem läuft gut. Oh. Oh mein Gott. Das ist wie zu schnell meins. Digga. Polizeiauto hält übel krass durch. Oh. Langsam. 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 Oh. Speed. Ah. Ich schieb dich auch raus. Alter was. Ja. Ich habe es. Das hast du geschafft. Digga. Oh mein Gott. Alter was ist das für ein Loch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn das für ein Loch. Komm schon. Alter als ob du schaffst. Nein. Was braucht man denn da für ein Auto wenn man das schafft. Alter. Wir brauchen entweder was was oben drüber fliegt oder was schnell rauskommt. Wir brauchen eins das oben drüber fliegt. Was brauchen wir. Friss mein Schnappen Yoshi. Alter meiner fährt 3 kmh oder so. Oh Gott. Oh Gott. Okay ich versuche das Ding jetzt so lange wie möglich heile zu behalten. Okay. Okay. Immer die Löcher immer vorsichtig nehmen. Digga. Fährst du außen rum. Ich habe gesehen dass du durchquetschen wolltest. Deswegen bin ich außen rum. Oh mein Gott Digga. Das war falsch. Das war eine falsche Entscheidung. Oh nein. Oh. Bitte helf mir. Soll ich echt? Was kriege ich dafür wenn ich dir helfe? Ja. Verrüber dich rein. Guck mal wie gut mein Auto noch am Start ist. Ich könnte damit glaube ich jetzt gewinnen. Bringt gar nichts Digga. Ich mache hier nur mein Toll. Nichts. Oh mein Gott. Ich fahr damit jetzt auch zum Ziel ne. Wirst du niemals schaffen. Ach na toll Digga. Ich komme nur ein Loch weiter Digga was da. Das war ja wirklich. Weil ich dir helfen musste. Richtig schlecht. Wir müssen es jetzt schaffen. Wir müssen es jetzt schaffen Digga. Das meine ist es richtig krass. Ich glaube ich am krassen. Das ist ein Rentnerauto. Okay los geht's. Langsam. 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 Oh Gott. Oh mein Gott Digga. Easy. Oh mein Gott Digga. Das ist schon ganz bremslich hier bei mir. Alter. Was fährst du denn gegen mich? Okay. Okay. Jetzt gleich kommt das interessante Loch. Das große. Okay. Oh mein Gott. Du bist über mich rüber geflogen. Ehrlich? Alter. Komplett. Okay. Langsam. Langsam. Weil wir qualen schon so einiges. Digga. Wie du mich trotzdem crashen willst. Oh. Das war ein bisschen schnell. Ja. Nein. Aber alles gut. Ich falle komplett. Du bist so ein Unkorrekter. Weißt du das? Digga. Ich lass mich doch nicht rammen vor dir, wenn ich das hier schaffe. Nein. Dann macht der den Pranker. Digga. Das schaffst du ja wirklich. Und ich schaff's easy. Guck mal wer hier ist. Hau rein. Guck mal wer hier ist. Guck mal wer hier ist. Hä? Was? Oh. Mein Wagen qualmt zu doll. Interessant ist ja jetzt das Auto. Siehst was ich sehe? Oh Gott. Boah. Was? Alter. Was? Okay. Nächstes schaff ich auch noch. Nächstes schaff ich auch noch. Weißt du groß das nächste ist? Oh Gott. Oh mein Gott Digga. Nein. Oh Mann. Keine Chance bei denen. Hey. Keine Chance bei denen. Was kommt man denn da für ein Auto nehmen? Ich baue tatsächlich Schäftiges. Du musst nur was haben was oben rüber fliegt. Oh. Ey meins ist voll Müll. Das könnte ganz gut sein hier. Boah. Was hast denn du da? Okay. Let's go. Woher wusste ich das? Woher wusste ich das? Das ist so schlecht. Es ist so schlecht. Nein. Bremsen. Oh. Digga. Oh mein Gott. Okay. Okay. Du willst Stress also? Na gut. Kein Problem. Kein Problem. Ich bin mit einem richtig krassen Wagen am Start. Er kommt hier sehr sehr weit. Oh. 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 Stress ist mein zweiter Vorname wenn ich mal fahren könnte mit dem Teil. Ich hab einen Ferrari. Ich hab einen Ferrari ne? Ist ein Ferrari? Ja. Na mal hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter was passiert hier mit dem Ding? Oh mein Gott. Digga. Mein Auto ist zu hart so schnell. Oh mein Gott. Das ist nicht schnell. Oh. Wie tief sind denn jetzt diese Löcher hier? Oh. Außen. Außen. Die sind da wirklich extrem tief. So. Also wer soll denn da noch rauskommen? Schließ dich da grad durch? Hä? Fährst du an allen Dächern vorbei außen oder was? Nein. Digga. So ein Breaker bist du Digga. Das ist wirklich unglaublich. War ich nicht. Natürlich. Alter. Ich guck mal grad nur das letzte Loch hier an. Du bist so weit gekommen Digga. Ich guck mal grad das letzte Loch an und der kommt. Ah. Alter. Das geht so tief. Oh Gott. Hast du reingefahren oder was? Alter das schafft man gar nicht. Ich schlag mich hier grad erstmal aus und dann vorbei. Ich hab meine Unterbodenverkleidung verloren. Alter. Das ist so ein Ding. Oh. Digga. Das ist so bremslich die ganze Zeit schon. Oh. Straße. Ja. Oh mein Gott Digga. Ich sehs gerade. Oh das wars mit dir. Das war's mit dir. Nein. Oh. Das Problem ist der fährt auf Sand nicht. Alter. Nein. Bro. Ich bin so gut weit gekommen. Wo bist du? Alter ich lieg hier unten irgendwo. In nem letzten Loch. Komm einmal jetzt noch. Man darf aus dem Shop auswählen. Okay. Na gut. Okay. Ich hab mein Fahrzeug. weg. Ja. Ich hab auch mein Fahrzeug. Jetzt. Was hast du denn genommen? Was hast du denn? Hä? Okay. Du versuchst es damit? Ich komm weiter damit als du. Ahja. Sagst du? Pfff. Bist du da am Weg zu gehen oder was? Mal Solette. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Was? Nein. Der geht gar nichts mehr. Ich muss noch mal. Ich muss noch mal. Mit richtig Anlauf jetzt. Komm schon. Mein Fahrzeug ist einfach weg. Komm schon. Komm schon. Nee. Das wird nichts. Oh Gott. Wieder auf die Straße. Was? Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Nein. Bro. Bitte. Das schafft man nicht. Wie kannst du essen das? Das geht nicht. Das ist unmöglich. Mann. Das schafft man nicht. Oh. Kaspar. Was geht ab? Was geht ab? Oh mein Gott. Guck dir die Autos an. Ich weiß. Heute haben wir auf jeden Fall das ganz, ganz krasse heftige Weihnachtsupdate. Alter. Guck dir das mal an. Wir sind hier einfach im Schnee. Ja. Ich weiß. Es ist ganz, ganz heftig. Und wir müssen probieren mit unseren Autos diese kompletten schweren Straßen zu bequellen. Wir haben jetzt erstmal die Strecke normal. Oh mein Gott. Ja. Und wenn die Leute ganz viele Likes erlassen, dann werden wir auch mal hart spielen. Ja. Bist du bereit oder was? Ich bin bereit. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Okay. Und unten ist anscheinend irgendwie unser Camp oder so, wo wir hin müssen. Ja. Wir müssen auf so einen Berg rauf. Alter. Da ist so ein Basecamp. Oh Gott. Was machst du denn? Oh mein Gott. Was machst du? Oh verdammt. Das hat ja toll funktioniert. Ja. Ich bin leider auch. Okay. Ich muss wieder zurück. Ja. Ich komme auch wieder zurück. Alter. Das war auf jeden Fall ein bisschen zu doll Leute. Ja. Wir müssen wirklich vorsichtig fahren. Du merkst es schon. Die Straßen sind wirklich höllisch glatt heute. Ich weiß. Es ist extrem doll. Es kam ein riesen Schneesturm auf uns zu Leute. Oh mein Gott. Ja. Oh. Mach ruhig. Mach ruhig. Mach ruhig. Nein. Sag mal. Wieso ist es denn jetzt schon so schwer? Das ist ja hart. Es geht auch richtig tief runter. Ich bin echt gespannt, wie schwer hart sein wird Leute. Ja. So. Ich bin jetzt hier leider ein bisschen weiter oben wieder gespawnt. Ja. Ich fahr schon mal ein bisschen vor. Du musst auf jeden Fall aufpassen. Und alles langsam. Oh. Ey. Ich fahr schon wieder runter. Was ist denn mit dir? Du gibst ja Vollgas. Warum musst du das hier mit... FIFA. Nein. Ich seh dich da hinten. Ja. Du musst auf jeden Fall aufpassen. Hier muss man die Strecke mitnehmen, wo kein Schnee liegt. So. Ich bremse ja auch schon ab. Was haben wir eigentlich für krasse Offroad Autos? So Jeeps oder sowas. Wir haben schon so eine Jeeps hier am Start. Das sind unsere Autos, mit denen wir eigentlich auch im Sommer gefahren sind. Deswegen haben wir auch gerade kein Dach oben. Ist so. Ist so. Aber. Schneeketten haben wir auch vergessen. Egal. Nicht schlimm. Alter. Man muss ja richtig aufpassen hier. Ich weiß. Man darf hier nicht zu schnell fahren. Alter. Es geht hier auch nicht um Schnee. Es geht hier um... Alter nicht. Das ist schon das vierte oder fünfte Mami. Du Off The Brash. Oh mein Gott. Die ist vereist. Nein. Das ist vereist. Da ist die Kurve vereist. Richtiger Bait. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss hier ganz vorsichtig sein. Oh Gott. Ich komm jetzt mal hier. Ganz vorsichtig. Das vereist oder was? Oh mein Gott. Alter. Alter. Oh mein Gott. Hier geht's richtig. Hier geht's stahl runter. Wenn man hier runterfällt. Dann war's das auf jeden Fall mit einem. Oh. 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 Oh mein Gott. Ich bin nur am rutschen die ganze Zeit. Ich bremste schon ab. Ja wir haben auch Sommerreifen drauf. Ist auch nicht schlau von uns. Oh Gott. Ja stimmt. Oh Gott. Jetzt. 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 Ich bin hier gerade wie ein Profi. Wie ein junger Profi fahren jetzt hier gerade. Oh. Ich musste kurz zum stehen kommen hier. Nein. Nein. Wo bist du? Nein. 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 Ich fahr offroad runter. Oh Gott. Da muss aber genug Speed drüber oder nicht? Ja gefühlt schon. Okay. Ich muss wieder zurück. Oh Gott. Aufpassen. Bist du unten oder was? Nein. Ich schaff das hier. Da. Ich seh dich. Ich bin direkt bei dir hier. Kein Problem. So. Du musst hier nur aufpassen einfach. Dann geht das. Ja. Ich seh's doch gerade. Da wisst ihr schon. Okay. Das war schon mal die erste Passage. Ich drifte. Ich drifte. Langsam. Langsam. Schlaglöcher. Schlaglöcher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was machst du? Alter. Ich bin Opel Corsa jetzt. Ey. Oh mein Gott. Das ist komplett Eis. Oh mein Gott. Wo sind wir? Warte mal. Warte mal. So reparieren. Hier ist komplett Eis. Okay. Warte. Vorsichtig. Geht. 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 Hey. Oh. Okay. Du hast dich gerettet. Danke. Okay. Ich habe auf jeden Fall ein paar Schäden hier. Alter. Ich rutsche die ganze Zeit. Ich habe voll die Schäden vor dem Auto. Okay. Kein Problem. Ich sag mal. Die sind teuer die Autos. Ich war. Oh. Ey. Was. Ich kann hier nichts machen. Ey. Wir müssen glaube ich echt einen Winterreifen Upgrade uns holen. Ja. Das geht noch hier. Kein Problem. Geht schon. Geht schon. Alter. Das ist super schwer. Du musst nur auffassen. Dass du nicht in diese Kuhlen da reinfällst oder so. Ja man. Ja man. Dann. Oh mein Gott. Der andere Weg war. Ey. Das darf doch nicht wahr sein. Ey. So. Wieso. Oh. Oh Gott. Du crasht hier auch wirklich. Alter. Okay. Wir versuchen ab jetzt nicht mehr crashen. Ab jetzt nicht mehr runter crashen. Okay. Okay. Warte. Ich bin jetzt gerade ein bisschen weiter zurück gespawnt. Ich komme mal wieder. Vorsichtig. Hier rum. Ja. Man muss hier wirklich mit Fingerspitzengefühl arbeiten. Ich sag dir. Wenn man einmal diese Steine berührt. Ja. Ist gar nicht gut. Dann kippt man einmal um. Und dann war es das mit einem. Ich muss doch sagen. Mir ist ganz schön kalt in meinem Auto hier. Ich sollte langsam mal das Verdeck hochfahren. Ohne Witz. Oh mein Gott. Das kann man ja gar nicht schaffen. Wieso. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das soll man schaffen. Wieso. Man soll da rutschen oder so. Nein. Ich habe extra abgebremst. Oh. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ich komm. Ich komm. Ich komm. Vorsichtig. Ich bin direkt hinter dir. Sehr gut. Alter. Ich brauchst dich mit der Luke jetzt. Mit dem Loch. Hier ist schon das erste Zelt oder nicht? Oh mein Gott. Das erste Camp. Ja man. Hier können wir ein Lager aufschlagen. Oh. Aber das ist für Luschen. Oder willst du da ein Lager aufschlagen? Ich muss einmal ganz kurz hier mich aufwärmen hier. Ist ja. Ja. Okay. ganz logisch. So. Sag mal. Du bist ein Schneemann. Ja lass mich doch ein Schneemann sein. Geh nicht so nah ans Feuer ran. Du schwebst. Hey lass mich doch. Geh nicht so nah ran da. Lass mal. Weg da. Ich bin Schneemann und? Hey. Ich komm auch. Okay. Dann komm jetzt hier. Komm jetzt hier. Alles gut. Alter. Entspann dir ein bisschen Würstchengrill und Marshmallows. Ja komm. Wir müssen weiter gehen hier. Wir sind auf Missionen hier. So. Wir sind auf Missionen. Alter. Ich hing im Stuhl fest. Wenn du dick bist. Du hast zu viele Würstchen gegessen. Marshmallows. Okay. Weiter gehts hier. Ballspeed hier. Die Reifen drehen durch. Sagst du wie es ist. Alter. Wir haben sogar so Abschleppdinger hinten dran. So Abschlepphaken. Also zum Notketten los geht das nicht rausziehen. Abschleppdinger? Ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn wir da irgendwo wirklich mal richtig festhängen und so. Alter. Hier muss man. Alter. Das ist schon wieder schon Boden hier. Alter. Das ist so hart kurz zugeschneit. Die Finnland Wildnis hier. Die ist wirklich. Das ist ja wie bei Seven vs. Wild hier bei uns. Ist so Alter. Was gehts hier ab ey. So. So. Oh. Ich bin direkt hinter dir ne. Kein Druck Haspa. Easy. Gar kein Druck. Easy. Kein Druck. So. Speed. Gehen wir aus dem Weg hier ne. Alter. Du lahmfahrer hier vorne. Hey 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 hey. Mach ruhig mach ruhig. So. Mach ruhig mach ruhig. Oh mein Gott. Mach ruhig mach ruhig. Du überträgst doch wie immer. Oh mein Gott. Alter was. Meine Karosse resport. Verdammt. Ich sehs grad. Alter was ging jetzt ab. Das war ja komplett abge... Hey. Das ist komplett kaputt. Hallo. Musst du direkt wieder rein crashen. Lass das jetzt. Lass das jetzt. Lass das. Lass das. Hey. Warum was respawnst du nicht? Ist so. Hier muss ja vorsichtig sein. Vorsichtig. Oh Gott. Und hier. Ich brem's schon ab. Ich brem's schon ab. Ich brem's schon ab. Oh. Okay. Das war ganz schön knapp. Oh. Okay. Hey. Der kommt da. Direkt. Ey. Holtby. Holtby. Weg da du Rentner. Die ist voll schräg. Achso. Hier ist Eis. Hier ist Eis. Ich sehs. Oh mein Gott. Wie hab ich das überlebt? Oh mein Gott. Okay. Jetzt ist sie ja richtig krass. Sand ist ja richtig krass. Sand ist gut. Sand kriegen wir immer easy hin. Sand ist mal kein Problem. Mit den Autos gar kein Problem. So. Hier Leute. Alles entspannt. Was erwartet uns hier? Easy. Lenk da links. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Gut dass ich ne krasse Federung hab. Aber mein Auto hat glaub ich ein bisschen gebrochene Achse. Das lenkt jetzt die ganze krass nach rechts. Alter du musst aufpassen. Na sag mal. Nicht dass du schon wieder den Abschlepper holen musst. Oh nein 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 nein. Oh mein Gott. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist der Eistrack. Der krasse Eistrack. Oh. Ui. Oh Gott. Oh Gott. Lalalala. 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 Ey das ist voll cool. Wie cool. Sie sind richtig am Surfen. Richtig wie so ein Schlitten. Ich weiß. Alter voll krass. Oh. Und dann müssen wir hier. Oh ja. Guck mal. Aufpassen. Oh Gott. Und hier rechts. Okay easy. Oha. Oha. Alter. Voll zugeschneit hier. Was ist denn hier los? Oh nein. Aus dem Weg. Oh nein. Alles gut. Alles gut. Ich sag dir das ist echt eine sehr sehr schwierige Strecke hier ne. Ganz ganz schwieriges Terrain. Oha. Oha. Verdammt. Oh. Nein. Ne weg da jetzt. Ich kann dir nicht helfen da. Ey. Bitte. Ne weg da. Hau rein. Okay. Okay. Oh Gott alter. Karma. Karma. Nein. Das ist voll der Eisboden hier. Oha. Nicht so schnell darüber ne. Es ging auch nicht. Es war komplett vereist. Okay. Oh mein Gott. Ja jetzt darfst du dir auch nicht vom Gas gehen hier. Oha. Durchdrehen Reifen. Oha. Okay. Ich hab die bessere Dinge nach. Du kriegst 5 Euro wenn du nach rechts hoch wirst. Nein. Nein. Oha. Ah danke. Hab ich gebraucht. Oh Gott voller Eis jetzt ne. Feist. Oh nein. Oh nein. Was machst du denn immer mit mir. Lass das. Oh mein Gott. Das ist auch ganz böse enden können. Alter das war wirklich alter. So aus dem Weg jetzt hier du lahme Schlecke. Komm rein. Hey sag mal ich halt. Ich genieße die Natur sag mal. Ja das passiert sofort. Drei Sekunden später. Drei Sekunden später. Drei Sekunden später alter. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Okay. Mein Auto ist kaputt. Sieh einem Profi zu wie er es macht. So. Ja. Ich komm grad hier wieder. Ich fahr über die Steine drüber. So. Gar nix los hier. Alter wir bist nur da vorbeigekommen. Das ist doch hier vereist um die Kurve. Ja 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 ja. Man muss das alles mit einer gewissen Geschwindigkeit dribbeln. So. Oh. Ich bin jetzt schnell unterwegs. Zack. Ey aber machen wir hier nicht den Einholkönig. Ah nix da alter. Gar nix los hier. Alter hier ist das nächste Basecamp. Aber ich würde sagen wir fahren direkt weiter zum obersten. Das ist hier. Das ist auch ein Schatten. Das friert bestimmt. Ja also das ist das für die Amateure jetzt hier. Wenn man hier wirklich jetzt hier nochmal direkt aufstellt. Was ist denn jetzt hier. Hier ist ein Erdrutsch gewesen. Oh nein. Mein vorderer linker. Oh Gott. Mein Reifen ist schrott glaube ich vorne links. Oh oh. Und jetzt komme ich hinter dir. Oh nein 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 nein. Haspa. Oh nein 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 die version hat er steht im baum fest ich war zu schnell um die kurve leider ich weiß sieht man auch nicht sieht man nicht in diesem gebüsch hier alter was komplett kaputt weil ich komme gerade hier millimeter arbeit sie ging aber klar die passage aber ich habe gehört es soll noch krasser werden soweit wir kommen oh mein gott das war echt richtig eng das war übertrieben ich habe auch fast links berührt was er ist wo bist du ja das ist jetzt das kommt noch mal ich sage nur so schon mal so viel da kommt gleich noch auch eine so eine passage nein das wird noch steiler das sieht man doch dass das kommt das habe ich nicht gesehen das ist so krass was oh mein gott okay das war richtig steil jetzt hier grad das ist obersteil jetzt ist richtig krass steil jetzt ist richtig krass wenn das die normale strecke ist dann will ich gar nicht wissen wie krass diese harte strecke ist ja jede passage hier jeder millimeter dann muss wirklich genau geguckt werden okay okay ich komme mir auf jeden fall ganz gut gerade vorbei hier alles entspannt leute gerade geht es auch bei mir alles oh nein es ist hier eis einfach komplett eis es ist komplett eis hier da musst du mit speed da musst du mit speed ja okay ich habe es gerade so geschafft und jetzt auch noch eis aber halt anderes eis steine finde ich fast gefährlicher als die klippe so alter ohne witz das ist ja von ist noch mehr eis glaube ich ich war ganz kurz in der luft und dann komme ich hier oben ja alles okay und jetzt müssen wir hier einmal jawohl jetzt schön einmal dingsen oh das war zu schnell alter was machst du denn oh nein da komm ein baum chill mal ein bisschen du machst hier vorne schnell nasen ich fall runter gerade mach lieber vorsichtig so oh nein lass den baum bitte nicht berühren bitte nicht mach ruhig mal ruhig mal ruhig wo bist du gefallen hier vorne ist ja auch runter crash jetzt ich fall leider gerade ein bisschen zu schnell Ich muss jetzt hier aber wieder zurück So Easy und rein Jetzt bist du vor mir Alter, wie cool ist das hier Das Eis hält auch einfach Ein Auto, musst du dir mal vorstellen Ich weiß, das ist voll krass Oh nein Oh Oh Wie man jetzt geslidet Ja, sehr gut Ich bin direkt hinter dir Nur dass du es weißt Jetzt mach keinen Zeitdruck, sag mal Ich bin direkt hinter dir Warte mal, wo geht es denn jetzt lang? Ich bin direkt Alter, dann mach viel Spaß mit der Geschwindigkeit Oh mein Gott, ich habe gerade abgebremst noch Aus dem Weg hier, guck mal, lame Leute, wenn ich überhole Lame Leute Alter, ich komme hier aus den Stein 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 Alter, ich ziehe so hardcore krass nach rechts mein Auto jetzt Hey, meinst jetzt auch gerade Oh oh So Oh 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 Gott Ich muss voll krass an links lenken Die Schwellen rüber Oh Ich liege Nein, doch nicht Okay Okay, jetzt hier Hier, kurz vorbei Okay Okay, 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 all good So Oh mein Gott Oh mein Oh mein Gott, nein So Okay, selbe Ey Okay, warte Ich mache das denn rückwärts Kein Problem Brauchst du ein bisschen Anschluss nach vorne oder was? Echte Profis machen das ganze Ding rückwärts Gucken wir mal die Profis an Oh, 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 oh Alter, mega Profi Oh, verdammte Angst, ey Rausgerutscht, ey Oh nein, oh nein Oh nein, oh nein Hier rum So, jetzt hier müssen wir einfach noch Alter, ist das ein krasses Loch? So ein krasser Track hier Ich weiß, Leute Alter, da müsste auch gleich noch das Basecamp da oben kommen oder nicht? Oh, jetzt ist schon wieder Erde, was ist jetzt hier los? Ja, einfach Erde Hier ist die Temperatur einfach gerade anders Da vorne ist ein Basecamp sehe ich gerade Ja, sehr gut Alter, hier musst du Millimeterarbeit machen mit den Reifen Ja, ich bin Profi Ich bin absoluter Profi Hey, hey, nicht so schnell hier, sag mal Oh, du schubst mich hier auch wirklich über alles drüber Ey, was soll denn los? Du hast ein Reifen verloren gerade Au Es kann nur einer schaffen, Kollege Ey Geh weg Lass das Lass das Lass das jetzt Oh Alter, hier, guck mal, ist sogar schon wieder ein Camp Aber einfach beim Geschmolzenen, wie uncool Ich weiß, Alter Wohl gerade noch Oh, nein Aus dem Weg jetzt hier Ah Ah Pratsitz Das ist alles langsam Wo fährst du hin? Ja, weiß ich auch nicht Du hast dich irgendwo hochgeschubst Oh Gott Ah, verdammt Okay, warte, jetzt Oh, vorsichtig Was für eine Strecke hier gerade Ich sage dir, das ist ganz krass Gerade hier Einmal so vorbei Ich dachte, dass sie sich da hochfühlen können Ich stelle dir mal Natürlich, das sind richtige Kämpfer hier Die haben eben richtig Kämpferherz, die Autos Wie heißt dein Auto? Wir brauchen coole Autonamen Oh, mein Autor ist Steven Steven, wie uncool Minecraft Steve einfach Ja, und? Und deins? Meine heißen Z-Kletterer 4000 Z-Kletterer 4000 Unglaublich Unglaublich So, jetzt hier Oh nein Eis Oh nein Eis Oh nein, durch den Reifen Okay, so Ja Okay Easy 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 Was? Was? Wieso? Ah, ah Oh Gott Alter, wie eng war das denn jetzt? Oh Gott, da geht es ganz schnell runter Oh Oh, verdammt, ey Mein Auto Alter, das kann man ja auch wirklich nur, wenn man mit einer Lupe Ah 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 Alter, man muss wirklich aufpassen Wenn die Reifen durchdrehen, fällt man immer runter Ja, man muss wirklich gut trippeln In 10 von 10 Fällen Lasst mir da wirklich mit Gefühl beachten Oh mein Oh mein Ich bin nicht mehr runtergefallen Nein Gott, ist das knapp gerade Oh, wie bitter Alter, ich habe es gerade so vorbeigeschafft Gerade so vorbei Gerade so vorbei hier Oh mein Gott Ich war hier wirklich am Rande des Todes, Alter Ich bin hier am Rande des Todes, Kasper Am Rande des Todes Ich bin Oh Gott, Alter Meine Schnauze vorne, ey Oh Gott Alter, das finde ich bisher am schwersten hier mit den Steinen Ja, ja Das ist doch echt schwierig Alter, die versteckten Steine hier auch Ganz gefährlich Warum hier muss man richtig langsam sein Übertrieben langsam Oh, du hast recht Okay Nein Ja Alter Aua Wo geht es hier Oh, mach schon wieder so eine Eisstrecke Ich rutsche hier schon wieder irgendwo hin Oh, ganz langsam, ganz langsam Oh Gott Oh, 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 oh Ey, stell dir mal vor, wir hätten uns jetzt für ein breiteres Auto entschieden Mit breiteren Reifen, ne Alter, das wäre nicht gut gewesen Das wäre nicht gut gewesen Ich muss nur sagen, echt, die Sommerreifen halten echt krass Stand, ne Krass, ja, die sind krass Jetzt hier einmal Oh Gott Vorbeifahren Alter Wir nähern uns auf jeden Fall der Spitze Ja, ja Oh, oh, verdammt Oh, oh Oh, oh Oh, oh Aua Oh Gott, ja Ja, wir schaffen es auch Oh, voll gegen Stein gegen Digga, man hat so durchdrehende Reifen die ganze Zeit Und hier wirklich mit Gefühl um die Steine rum Ich weiß, ich bin direkt bei dir gerade So, jetzt hier Bin direkt Hinter dir Oh Hier rum Vollspeed Oh mein Gott, ich glaub's nicht Guck mal Was ist da? Was? Die sind oben am Basecamp Oh, ich bin der Erste Nein, gleichzeitig Gleichzeitig Alter Alter Guck dir das mal an Guck mal hier, was ist jetzt hier unten? Wow Was ist da? Oh Gott Oh nein, der Wutsche Hilfe Oh Gott, das Basecamp Alter, der fällt mir komplett runter Ich hab auch nicht gleich Oh mein Gott, meine Karosserie Alter, nein Aua Oh Alter, hier sind zu Bäume Oh Okay Ist ja fast wie Schlittenfaden, Alter Aber jetzt geschafft, Kaspar Sehr gut Wir waren ganz oben Sehr schön Das war's gewesen, Freunde Wenn ihr von der Merse möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da Checkt immer für hier das Video aus Einmal gerne draufklicken Haut rein, bis morgen Ciao, ciao So